Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer geheimnisvolle Geschichte heute mit einer wirklich extrem spannenden Sendung Saturn Gnosis und Satans Logen und um dieses ganz besondere Thema adäquat besprechen zu können habe ich mir einen Gast eingeladen, ihr seht es schon ich begrüße Alexander Stier Alex, herzlich willkommen in meiner Sendung schön, dass du dir Zeit genommen hast Ja, ich freue mich, danke Ja, Alex ist Experte für Okkultismus er ist ehemaliges Mitglied mit bald 20-jähriger Mitgliedschaft auf die er zurückgucken kann in diversen okkulten Orden und Organisationen teilweise auch explizit satanische Orden also du bist jemand, der wirklich einen großen Erfahrungsschatz in diesen Bereichen hat und uns heute viel von deinem Wissen und ja auch vor allem Insider-Wissen mitteilen kannst Ja, genau Genau und wir wollen jetzt auch gleich mal einsteigen also die Sendung heißt wie gesagt Saturn Gnosis und Satans Logen und das sind eigentlich zwei Themen Blöcke die miteinander verknüpft sind und für die man auch einzelne Sendungen hätte drehen können aber wir wollen das Ganze in einer Sendung abhandeln einfach aus dem Grund weil es eine Brücke gibt eben von der von der Saturn Gnosis zum Satanismus und das wollen wir heute herausarbeiten wie das eigentlich funktioniert und um da richtig einsteigen zu können müssen wir vielleicht zuerst einmal die Frage klären wer oder was ist eigentlich Saturn und was genau versteht man unter Gnosis im Allgemeinen und dann Saturn Gnosis im Besonderen und dann kommen wir später eben auf diese Verbindung zum Satanismus zu sprechen deshalb Alex führ uns doch bitte in das Themenfeld Gnosis einmal ein ja also die Gnosis ist die meisten kennen die Gnosis aus der Antike es gibt aber auch moderne Gnosis aber die antike Gnosis ist wahrscheinlich aus dem Neu-Platonismus entstanden aus diesen Kreisen halt aus antiken heidnischen Kulten die sich dann aber in eine andere philosophische Richtung entwickelt haben es gibt auch die christliche Gnosis und das ist die weitaus bekanntere Gnosis und die Gnostiker hatten ein Weltbild sie glaubten an einen Schöpfer der aber böse war und sie glaubten an einen darüberliegenden Gott der gut war und Christus als Wesenheit als Lichtwesenheit stand in Verbindung mit der guten Gottheit über dem Schöpfer über dem Schöpfer und genau da greift es ja auch in das Thema mit Saturn ein auf das wir da noch zu sprechen kommen aber die Gnostiker haben eben die Materie die materielle Welt und den Schöpfer abgelehnt deswegen wurden sie ja auch so vehement von anderen christlichen Strömungen vor allen Dingen der römisch-katholischen Kirche sehr stark verfolgt weil sie ja gegen das Bild des jüdisch-christlichen was wir so normal kennen weil sie ja genau das Gegenteil davon geglaubt haben dass sie eben gedacht haben okay der Schöpfer der ist nicht gut diese Welt ist nicht gut und die römisch-katholische Kirche hat ja genau das Gegenteil verbreitet und ja insofern haben sich dann die Gnostiker auf eine andere Seite gestellt und wurden demnach auch verfolgt und so hat sich die Gnosis entwickelt und daraus eben später auch die satanischen Kulte die sind aus der Gnosis entstanden wobei ja auch glaube ich ganz wichtig ist dann später im Satanismus aber da werden wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen wird ja die Materie eben halt nicht wie bei den Urgnostikern abgelehnt also das ist dann schon könnte man auch schon sagen wieder eine Verkehrung oder besondere Interpretationsweise des eigentlichen gnostischen Gedankengutes genau weil diese satanischen Gruppen die sich auf diese gnostischen Ideen berufen sind keine Gnostiker im antiken Sinne sondern sie sind eigentlich sind sie Abrahamiten im klassischen Sinne aber beziehen sich dann auf gnostische Mysterien und Ideen was dann wiederum dazu führt dass eben in der Gnose Gnosis ist eben der Schöpfer der Satan der Teufel der Böse und wenn diese Gruppen jetzt sage ich mal diesen Satan oder diesen Schöpfer im gnostischen Sinne verehren verehren sie ja den Teufel ganz bewusst weil sie ja wissen in der Gnosis ist der Schöpfer der Teufel und wenn ich mich als Gnostiker bezeichne und den Schöpfer verehre dann bin ich ja ein Teufelsanbeter und das ist vielen nicht bewusst die außerhalb stehen dieser Systeme die sehen dann aha da wird irgendwie der Gott der Bibel verehrt aber auf eine gnostische Art und Weise und dann haben wir dort einen getarnten Satanismus und das zieht sich durch unglaublich viele Gruppen ja ja es ist die Gnosis steht ja immer irgendwie im Verdacht wie soll ich das sagen ja in so einem Generalverdacht mit dunklen Kräften zu hantieren oder damit im Zusammenhang zu stehen aber mir ist es eigentlich wichtig heute mal zu zeigen dass es da viele verschiedene Strömungen gibt und man das differenziert betrachten muss und wir haben uns ja zum Ziel gesetzt heute uns besonders mal über sogenannte Saturngnosis zu unterhalten deshalb die zweite Frage gleich hinterher was hat es mit dem Saturn auf sich und warum gibt es eine Saturngnosis ja also es gibt natürlich Spekulationen und ich glaube so richtig wissen tut das keiner woher Saturngnosis kommt vermutlich ist es eine Variation oder Erfindung von Gregor A. Gregorius auf den wir später noch kommen aber die Idee dazu zur Saturngnosis stammt natürlich aus der antiken Gnosis weil in der Antike wurde nämlich dieser Schöpfergott dieser böse Schöpfergott mit der Planetenwesenheit des Saturn verbunden das heißt also man sah darin im Saturn den Schöpfer der böse ist der auch gleichzeitig der Satan ist und was auch interessant ist wenn wir uns antike Zauberpapyri anschauen auch hellenistische Zauberpapyri dann finden wir genau dort diese Verbindung zum Gott der abramitischen Religion zu Yahweh und Saturn aber eben auch zu Seth zum Beispiel dem ägyptischen Gotteschaos der früher mein Oasengott war und dann später zu einem Gottesbösen wurde der wird auch mit Yahweh in Verbindung gebracht in den antiken Zauberpapyri genauso wie Iao ist auch wieder so ein Name den man häufig hört als oberste Gottheit in der Gnosis aber im Grunde genommen ist das ist Iao auf die Antike in der Antike eben wieder auf Jupiter eigentlich zurückzuführen also da wurde viel planetarischer Kram immer wieder rein interpretiert und das Problem ist auch dass viele spätere Gruppen die im 1920. Jahrhundert entstanden sind vor allem im 19. Jahrhundert dass die meines Erachtens oft Sachen fehlinterpretiert haben und dann ihre Ideen darauf aufgebaut haben und dann alles so in einen Pott geworfen haben das haben wir ja auch bei verschiedenen Orden und Logen die man so kennt ja da werden oftmals Sachen reingewürfelt keiner weiß mehr was es eigentlich bedeutet und zur damaligen Zeit auch zur Zeit wo Crowley gelebt hat da wurden viele gnostische Texte noch falsch interpretiert wo man heute weiß okay das war eigentlich so und so gemeint und heute hat man ja auch noch ganz andere Texte gefunden und so weiter die man dann in Verbindung bringen kann also da wurde auch unglaublich viel Blödsinn gemacht und Fehlinterpretation und das führt dann eben zu diesen ganzen Vermischungen dass dann am Ende irgendwie alles durcheinander ist und die Leute dann Jahwe Satan Iao Jupiter Saturn das spielt dann alles eine Rolle und alles ist durcheinander aber ich glaube es gab so im ausgehenden 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts auch ausgehend von der theosophischen Gesellschaft rund um Blavatsky so eine Tendenz in okkulten Kreisen dass man westliches und östliches Wissen miteinander verschmelzen wollte christliche Mysterien Weisheit mit heidnischer also man man hatte eigentlich so so das Bedürfnis den United Right zu schaffen den vereinigten Ritus wo alle Strömungen irgendwie synkretistisch miteinander verwoben sind was zum Teil gut gelungen ist immer wieder und viele Parallelen dann auch in verschiedenen Traditionen aufzeigt und wie du schon gesagt hast in anderen Bereichen auch für Verwirrung und Irrtümer gesorgt hat kommen wir nochmal kurz zurück zu Saturn also Saturn ist erstmal ist das ein Planet den können wir am Himmel beobachten und Saturn ist von den sichtbaren Planeten der praktisch am weitesten von der Erde entfernte danach kommen dann die trans saturnischen Planeten die auch erst in neuerer Zeit entdeckt wurden oder offiziell erst dann entdeckt wurden er markiert wenn man so will im astrologischen oder astrosophischen Weltbild eine Grenze er ist der Hüter der Schwelle er ist das Prinzip der Materie der Begrenzung und wird aus diesem Grund dann auch mit dem demiogischen Schöpfergott der die materielle Welt erzeugt in Verbindung gebracht oder identifiziert in einigen Schulen und so kommt es dann zustande dass das Saturn Prinzip oder Saturn als Gottheit mit dem Demiogen dem Weltenschöpfer verknüpft wird und aus diesem Grund gibt es dann eben Saturn gnostische Strömung ja also das ist halt die Frage wie sich das dann aus was sich das entwickelt hat und auch die Astrologie hat ja Einflüsse der Antik übernommen und die verändert sich ja auch immer weiter und wenn man jetzt 20 Jahre 30 40 Jahre zurückschaut war Saturn ja noch viel negativer behaftet in der Astrologie als heute zum Beispiel heute wird er eher mit Konzentration Disziplin Härte Stränge und so weiter assoziiert und früher war es eben der Planet des Bösen das heißt wenn Saturn irgendwo auftauchte war das eher ein Omen was sehr unangenehm war und tauchte er dann mit Mars noch zusammen auf dann war das bedeutete das Krieg Verderben Pestilenz was auch immer in der klassischen Astrologie sind Mars und Saturn auch der große und der kleine Übeltäter also Saturn ist der große Übeltäter was ich so interessant finde rund um den Saturn er ist ja der Hüter der Schwelle das heißt er steht von den sieben Planeten Prinzipien an siebter Stelle nach Saturn die achte Schwelle dann praktisch da haben wir die Planeten Prinzipien überwunden und auch die Materie ist geläutert also er ist wichtig als Hüter der Schwelle an ihm kommen wir nicht vorbei er ist eine Kraft der man sich stellen muss nicht ohne Grund ist die acht spannenderweise wenn wir uns die Ziffern anschauen die ja auf die sieben den Saturn dann folgt eine Limnes Charta also als Symbol für die Unendlichkeit das ist was auf den Saturn folgt ist dann eine ganz andere Schwelle da sind wir schon wirklich in einem wesentlich transzendenteren Bereich und insofern ist im Okkultismus und auch in den Religionen die Auseinandersetzung mit Saturn unumgänglich da kommt interessant was du da sagst wenn ich mal kurz unterbrechen darf weil nämlich die acht Pythagoras ordnet dem Saturn die acht zu als Zahl während Agrippa zum Beispiel ihm die drei zuordnet und das ist ja auch das System was die meisten okkulten Orden benutzen das nach Agrippa und weniger das nach Pythagoras aber wie du schon sagst mit der Unendlichkeitsacht und so weil das passt tatsächlich auch sehr gut mit der acht halt genau sind mir nur so eben eingefallen ja da gibt es verschiedene Systeme und Zuordnungen und wahrscheinlich in jedem System auch unheimlich gute in sich logische Begründungen warum das so ist okkulte Disziplinen wenn man sie studiert sind halt auch unheimlich detailliert und facettenreich was ich noch sehr wichtig finde was man erwähnen muss in Bezug auf den Saturn dass er auch in der Antike als schwarze Sonne galt Saturn ist praktisch der Gegenpol zur Sonne und tatsächlich die schwarze oder dunkle Sonne weil das ja auch ein Symbol ist was dann später denken wir nur an die Wewelsburg in ganz anderen Kontexten wieder auftaucht die schwarze Sonne das stimmt das stimmt und das ist auch interessant weil Karl Maria Williguth der ja sozusagen der Berater und Okkultist Hofokkultist von Heinrich Himmler war der hat in seinen Schriften niedergelegt dass die schwarze Sonne so hat er sie eigentlich selber gar nicht genannt sondern Santur oder Urführ die besteht nicht aus Sowilo oder Sigrunen sondern eben aus Zielrunen Zielrunen und diese Zielrunen ist eine gespiegelte Sowilo-Rune und Karl Spiesberger wiederum sagt über die Zielrunen sie wäre das Dämonium von Sowilo also der Sonnenrune und würde damit einen luziferischen Fortschritt bedeuten um jeden Preis Fortschritt um jeden Preis und eine luziferische geistige Kraft die quasi sich nicht zu fein ist auch Opfer in Kauf zu nehmen um das Ziel zu erreichen sehr spannend was ja auch interessant wenn wir einen kurzen Exkurs machen dass halt in der Wewelsburg die man ja vielleicht als ein SS-Tempel bezeichnen könnte wenn man so will dass dort eben in diesem runden Saal die schwarze Sonne abgebildet ist aber nicht das Hakenkreuz das ist unten in der Krypta in der Decke da ist dann die Nummer also eine Varietät der Swastika aber sie ist nicht zentral in diesem Hauptraum aber die ist direkt da drunter halt das ist halt das macht es ja noch spannender also das wusste ich jetzt nicht aber das zeigt ja auch dass die schwarze Sonne mit dem Hakenkreuz mit dem Swastika verbunden ist die Frage ist wie in welcher Form und warum dann aber die schwarze Sonne da auf dem Fußboden ist weil man sagt ja auch das Swastika stellt ein Sonnenrad dar und interessanterweise in der Wöwelsburg selber ist so eine Tafel und da wird gesagt dass die schwarze Sonne abgeguckt wurde von einem alemannischen Sonnenrad was als Fiebel für Frauen sozusagen was von Frauen als Fiebel getragen wurde also es ist so viele Informationen über diese Thematik aber wenn nehmen wir mal an das normale Hakenkreuz die Swastika ist ein Sonnenrad dann würde es ja Sinn machen dass das Gegenstück dann die schwarze Sonne ist als Saturn-Symbol sicherlich also in den Lehren von Gregor A. Gregorius dem Gründer der Fraternita Saturni der Saturn-Bruderschaft da beschreibt er ja auch dass der Saturn oder die Sonne der Bruder die Sonne ist der Bruder des Saturn ja und es gibt innerhalb der alten FS zumindest gab es einen solaren inneren Orden ja ist auch spannend ne außen Saturn innen Solar Sonne also da sieht man dass diese beiden Lichter so wie ich sie mal nennen will ähm unterschiedliche Qualitäten haben aber dennoch irgendwo zusammengehören also quasi man könnte im gnostischen Sinne und auch im Saturni Sinne könnte man von Christus und von Satanas sprechen als zwei Kräfte oder meinetwegen auch die höhere Oktave von Saturn als Luzifer ne und die tiefere als Satanas na aber das sind dann auch wieder das geht jetzt schon sehr tief äh da kommen wir vielleicht auch noch hin ähm wir wollen uns vielleicht mal jetzt ein paar Bilder zu dem Thema angucken ähm wir haben ein paar Slideshows hier vorbereitet heute ja hier sieht man erstmal Alistair Crowley und Gregorius und äh vielleicht Alex magst du unseren Zuschauern mal erklären wie wie hängen denn diese beiden Personen miteinander zusammen ja also Alistair Crowley sollte ja dem meisten bekannt sein ich gehe trotzdem kurz drauf ein er ist halt ein sehr bekannter Magier gewesen des äh ähm zwanzigsten Jahrhunderts ja kann man so sagen eigentlich der bekannteste Magier der damaligen Zeit und ähm er selber hat sich als großes Tier der Apokalypse gesehen und hat auch in diesem Zeichen gewirkt muss man so zu sagen das heißt er war eine Persönlichkeit die sehr äh anrührig und ähm amoralisch war moralbefreit würde ich sagen ja er war aber eben ein Magier ein Okkultist ein Astrologe ein Bergsteiger und er war ein Meister im Blindschach was auch viele nicht wissen und Maler war er hat Ausstellung gemacht Maler war er stimmt ja und ähm er hat angefangen mit irgendwelchen äh komischen Romanen die er geschrieben hat und ist dann aber auch irgendwann in seiner äh Studentenzeit hat er dann irgendwie ja Kontakt zu okkulten Kreisen gefunden ist dann im Hermetic Order of the Golden Dawn gewesen das war der damalig bekannteste magische Orden und ähm da hat er dann unter äh McGregor Mathers hat er dann äh Magie erlernt ne das hat er also quasi im Golden Dawn sich alles angeeignet ist aber auch parallel dann noch in andere Clubs und Kreise eingetreten also ja er ist auch Hochgrad Freimaurer gewesen was jetzt nicht nichts großartig zu bedeuten hat ja um das hier mal zu betonen es wird ja mal so hoch bewertet aber wie du ja auch schon sagtest in anderen Sendungen das ist jetzt nicht so das große Ding vielleicht in der damaligen Zeit nochmal ein bisschen mehr als heute aber wobei das selbst bei Crowley so war ich meine der war auch Weltreisender also war schon eine schillernde Persönlichkeit der war als Bergsteiger viel unterwegs auf verschiedenen Kontinenten und ich meine es war so als er auf einer Mexiko-Reise soll er dann von irgendeinem Hochgrad Freimaurer in diverse Hochgrade initiiert worden sein soweit die Legende was technisch aber gar nicht möglich ist weil um jemanden durch Hochgrade zu initiieren brauchst du halt eine Loge mit verschiedenen ähm anderen Freimaurern die dann diese Rituale durchführen das geht also nicht dass eine Einzelperson jemand anderen einweiht also hat er ihm vielleicht da irgendwelche Patente ausgestellt was nicht unüblich ist auch heute noch im amerikanischen Raum dass so Freimaurer gerade gegen Bezahlung einfach irgendwie verliehen werden also so die Freimaurer Vita bei Crowley ist so ein bisschen fragwürdig ähm er war dann auch eine Zeit lang ich glaube Anfang der 30er ich bin nicht ganz sicher also ich glaube relativ unmittelbar vor Beginn des Dritten Reichs in Berlin hat einige Zeit in Berlin gelebt und in dieser Zeit die er dann in Deutschland verbracht hat er ist natürlich nicht nur in Berlin gewesen ist ihm auch so durchs Land gereist da hat er dann unter anderem auch den Gregorius kennengelernt bürgerlich glaube ich Eugen Grosche war der Name genau Eugen Grosche also man muss davor halt noch sagen dass der erste Kontakt zwischen Gregorius und Crowley durch Briefkontakt von Gregorius zu Crowley aufgebaut wurde weil Gregorius damals selber noch Sekretär in der pansophischen Gesellschaft war mit Eugen Grosche äh mit Albin Grau und so ein paar anderen Altmeistern der damaligen Zeit und hat dann aus einem Wunsch heraus das Saturnprinzip was bei Crowley auch vorhanden ist noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen hat er dann eine eigene Loge gegründet nämlich die Fraternitas Saturni und dann schrieb er den Alistair eben an ob er diese Loge rituell erleuchten könne ja quasi einweihen könne und dann kam dieser Kontakt zustande und später haben die sich eben auch getroffen und ja die Fraternitas Saturni wird auch tatsächlich als nach als legitime Nachfolge Organisation des alten Ordo Templi Orientis gesehen das wird auch in manchen Dokumenten besprochen also quasi als legitimer Nachfolger als Erweiterung man könnte fast schon sagen man hat hier versucht schrittweise etwas zu etablieren und hat dann gesehen okay da wo der OTO vielleicht noch noch mehr zurückhaltender war hat man dann einen weiteren Schritt gemacht wo man gesagt hat jetzt gehen wir noch mal einen Schritt nach vorne und werden direkter ja und dann ist eben die Fraternita Saturni entstanden ja und das ist insofern hier interessant weil in der Fraternita Saturni die von Gregorius dann gegründet wurde es wirklich explizit um Saturn Gnostik geht während es bei den ganzen Lehren von Crowley auch darum geht aber nicht nicht so explizit oder jetzt darauf spezialisiert also es ist nochmal eine Fokussierung ein Schritt hin zu einer Fokussierung auf die Saturn Thematik ja ich bezeichne diese diese Gruppen und auch diese Leute immer gerne als heimlich Satanisten ja weil sie nämlich nicht offenkundig irgendwas mit Satan zu tun haben aber dann über so zwei Ecken dann doch irgendwo dieses Prinzip damit spielen ja genauso wie Alistair Crowley selber von sich niemals behauptet hat wahrscheinlich also ich habe nie irgendwas gelesen oder gefunden dass er ein Satanist gewesen sei aber wenn man sich dann bestimmte Ritualunterlagen anschaut wird einem klar okay was soll denn das jetzt sein mit dem Tier und Babylon und diese ganzen Namen die dann darin vorkommen das sind einfach ja er sagt ja auch selber in seinen Schriften wenn man die aufmerksam studiert das hat oder Hadid das ist das höchste Prinzip bei Crowley in uns selbst das sind wir ja ist Satan also quasi dieser Vorläufer von diesem heutigen modernen Satanismus ist Alistair Crowley nämlich zu sagen in mir ist Satan ich bin der Satan und in mir diese Kraft diese Energie mein Wille das ist Satan und das wird bei Crowley schon angedeutet oder eben auch zwischen den Zeilen wirklich schon erklärt da muss man halt genau hingucken und lesen und verstehen dann wird das klar und bei Gregorius findet man dann ähnliche äh ähnliche Thematik aber auch immer noch dieses dieser heimlich Satanismus ja man sagt wir sagen jetzt Saturn meinen damit aber eigentlich Luzifer und Satan in zwei verschiedenen Aspekten also eine also quasi die dunkle Wesenheit die dunkle Gottheit in zwei verschiedenen Aspekten äh auch wieder gnostisch christlichen Kontext ne und das ist eben dieses Ding deswegen spreche ich davon diesen heimlich Satanisten die sich nicht trauen direkt zu sagen genauso wie der Hermetic All of the Golden Dawn der benutzt auch äh als Symbol das Alchim also dieses Hauptsymbol ist ein Dreieck was ja auch dem Saturn zugeordnet wird und darüber ein Kreuz und das ist eigentlich das alchemistische Symbol für Phosphoros was der griechische Name von Lucifer ist und wenn man in dieser Gruppe da ein bisschen tiefer einsteigt und nicht nur die Bücher von Israel Regadi oder wie der Typ heißt mal da liest dann wird einem klar dass es da auch noch um ganz andere Dinge geht also am Ende ist es immer irgendwie so ein getarnter versteckter Satanismus oder Luziferianismus aufgebaut auf irgendwelchen gnostischen Ideen und dann getarnt naja wir verehren ja nur den Schöpfer nur das ist doch in Ordnung ja Engel und Schöpfer und tralala und aber darum geht es eigentlich gar nicht sondern es geht auch um ganz andere Sachen ja hier nochmal eine Darstellung vom Planeten Saturn haben wir eigentlich schon erklärt aus atmosphärischen Gründen nochmal hier gezeigt aber dann schauen wir auch gleich mal da würde ich gerne noch was zu sagen Charles mach das Bild nochmal zurück was nämlich ganz interessant ist das haben wir jetzt nicht dieses Bild aber es gibt in der römisch-katholischen Kirche gibt es einen Hut der heißt Saturno ja den tragen die Päpste und nicht immer also ich bin der Meinung Bischöfe tragen den eigentlich auch hauptsächlich Bischöfe ja 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 aber ich meine den gibt es in verschiedenen Farben so wie viele und ich meine gelesen zu haben dass Papst Benedikt den wieder eingeführt hat als Papst also die Päpste haben den lange Zeit nicht getragen und Benedikt hat damit wieder angefangen und wahrscheinlich und ich glaube bei ihm ist der dann weiß kann sein dass ich weiß nicht welche Farbe der jetzt dann bei Bischöfen hat aber es also meistens ist der schwarz einfach dann ist das und dann trägt der Papst den in weiß dann ist das hier rum ich glaube tatsächlich auch dass Priester den tragen dürfen also da gibt es glaube ich jetzt nicht so eine weil das Ding hat jetzt nicht die große Bewandtnis rituell auch in der römisch-katholischen Kirche habe ich da nichts drüber erfahren deswegen aber ich fand es interessant weil eben ja da wird der Mann selbst zum Saturn ja und diese Kopfbedeckung hat halt jetzt haben wir leider kein Bild aber in der Form erinnert sie an den Saturn mit seinen Ringen genau deswegen heißt der Hut ja Saturn ja genau aber jetzt schauen wir nochmal weiter was wir jetzt hier sehen das ist die in der Astrologie oder dann auch in der Alchemie verwendete Saturn-Glyphe genau also alle so Planetenprinzipien haben eigene Symbole bekannt sind eigentlich die von Mars und Venus das sind so dann auch im vulgären Kontext die Zeichen für männlich und weiblich aber halt auch der Saturn hat diese Glühphe und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen was man da für eine Form erkennt also in der Saturn-Gnosis beschreibt Satorius Gregorius schreibt in der Saturn-Gnosis ganz klar wie dieses Symbol zu deuten sei wir haben oben einmal das Kreuz der Materie was über dem intuitiven Mond steht nämlich diese Schlinge eigentlich ist es eine Mondsichel das ursprüngliche Saturn-Symbol ist ein Kreuz und unten eine Mondsichel und diese Mondsichel ist sozusagen das das astralische die astralische Ebene ja und das das Kreuz ist eben die materielle Ebene und man stellt das materielle über das geistige das ist das worum es da geht aber der Saturn selbst gibt seine Strahlen und Energien immer über den Mond ab deswegen werden in der Fraternita Saturni auch die Farben schwarz und weiß genommen meistens innerhalb dieser Logen man kann natürlich auch für Saturn dunkelgrün nehmen und schwarz aber oft üblicher ist eben dass die ganzen Symbole und Glyphen auf schwarzen also schwarzer Grund und weiße Symbole benutzt werden das wirkt ja dann auch das kennt man ja auch so aus irgendwelchen Filmen das wirkt ja irgendwo auch dann schon dieses teuflische satanische dunkel und dann weiße Symbole und so und das ist der Sinn dahinter weil der Saturn seine Strahlen über den Mond abgibt das Interessante ist ja auch der Mond in der Astrologie gibt es sieben Planeten wobei Mond und Sonne als die beiden großen Lichter bezeichnet werden also könnte man auch sagen es gibt nur fünf Planeten plus zwei große Lichter und der Mond ist aber eigentlich ja ein Materiebrocken er ist dunkle Materie die erst dadurch dass sie Licht reflektiert leuchtet und zum Licht wird das ist die offizielle Version ja und die esoterische Version ist dass es Lichter sind in der Antike hat man nicht an Materieklötze geglaubt so wie das heute das materialistische Weltbild uns verkaufen möchte ich bin da ein bisschen kritisch ich sage nicht dass es nicht so ist ich sage aber auch nicht dass es so ist weil ich finde es wichtiger diese Kräfte als Lichter zu erkennen die eine astralische Bedeutung haben Astralkulte waren in der Antike immer mit den Göttern verbunden man hat die Sterne als Symbole und Pforten und Tore der Götter gesehen durch das heißt als äußere Sinnbilder für die Götter die dann durch diese Lichter ich glaube du hast mich jetzt aber falsch verstanden ich wollte den Mond nicht praktisch in seiner Funktion als Licht im antiken Kontext herabwürdigen sondern ich wollte darauf aufmerksam machen dass er zwar ein Licht ist aber dieses Licht nicht aus sich selbst heraus leuchtet es ist reflektierend und er ist mit Materie verbunden ja das ist das ist die wie gesagt das ist die offizielle Form aber das ist auch nicht das was in den meisten okkulten Gruppen gelehrt wird definitiv nicht definitiv nicht handelt es sich bei der Sonne auch nicht um Gasballon oder sowas das sind halt diese äußeren Modelle ich würde halt sagen das ist exoterisch und esoterisch ist es schon also da glaubt ich bin mir da nicht sicher ich will jetzt keinen riesigen Fass aufmachen ich glaube dass in der Theke denen schon bewusst war dass der Mond ein Gesteinsbrocken ist und dass die Symbolik auch im esoterischen Sinne das berücksichtigt also ich kann dir sagen dass in diesen Kreisen in denen ich mich bewegt habe keiner daran glaubt dass das Materieklumpen sind Tote das sind Magier das sind Okkultisten die glauben an ein magisches Weltbild und nicht an ein materialistisches aufklärerisches Weltbild das ist ja alles nee das meine ich nicht verstehst du mich falsch aber es macht jetzt auch nichts diskutieren wir mal ein anderes Mal zu Ende wie auch immer was wir hier sehen ist dass Materiekreuz und der Mond kombiniert und das ist die Saturn-Glyphe und eben halt diese Mondsichel die unten an dem Kreuz angebracht ist steht ja auch in Verbindung mit der mit der Sichel mit der der Gott Saturn dargestellt wird also der Saturn auf vielen Darstellungen manchmal auch ja verbunden mit einer Symbolik des Todes mit der Sichel mit der praktisch so geerntet wird oder auch die die Menschen weggeerntet werden könnte man so sagen das ist eigentlich eine Mond Sichel Saturn war ja auch in der Antike also bei den in der römischen Antike ne im griechischen ist der Kronos nicht mit Kronos zu verwechseln mit dem Herrn der Zeit hat überhaupt nichts mit dem zu tun sondern mit Kronos dem Titanen oder eben Saturnus und Saturnus ist ja ein ein Erntegott gewesen der den Staatsschatz des des römischen Reiches bewacht hat ja das heißt also der Staatsschatz war also der Tempel des Saturnus war auf dem Staatsschatz der Römer der der von ja von Rom gebaut ne von denen ja das ist halt auch nochmal so interessant was das das mit Materialismus mit 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 Schätzen mit ja da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen weil das ist schön dass du diesen Aspekt mit rein bringst mit dem Staatsschatz materiellen Reichtum materielles Prinzip weil wir zeigen das gleich auf es gibt dann auch noch eine Verbindung dass der Saturn mit der Symbolik von schwarzen Steinen verknüpft wird und die Pointe will ich jetzt noch nicht vorwegnehmen wie das gleich mit dem Staatsschatz zusammenhängt aber das haben wir gleich und oft geht es nicht nur um schwarze Steine sondern ganz speziell nochmal um schwarze Kuben also schwarze Würfel und hier habe ich ein schönes Bild mal aus dem Internet rausgesucht wo man so sehen kann dass solche Dinger irgendwie in verschiedenen Städten aufgestellt wurden und jetzt sozusagen der Verdacht der Verschwörungstheoretiker und Schwurbler zu denen auch ich mich zähle oder der gut begründete Verdacht ist dass das nicht so ganz zufällig ist dass man überall diese Symbolik dann an vielen Orten hat aber wie deutest du das was kannst du da für Erklärungen mit liefern also ich gehe davon aus dass viele Kuben tatsächlich einfach aus ästhetischen Gründen gewählt worden sind ich weiß aber auch dass es eben eine kabbalistische Tradition gibt die den sogenannten Raumwürfel bezeichnet und dieser Raumwürfel zu dem wir auch noch kommen werden denke ich mal der symbolisiert die Schöpfung es ist ein kabbalistisches Symbol für die Materie es ist ein Symbol der Schöpfung des Schöpfers und dann muss man eben gucken wer sieht denn darin den Schöpfer und für welche Gruppen ist was der Schöpfer und so weiter also da kann man dann wieder kommt man wieder auf diese satanische Dinge am Ende sind das Gnostiker gewesen die das aufgestellt haben nicht im antiken Sinne Gnostiker sondern Gnostiker im Sinne wir verehren den Teufel als Schöpfer haben diese Leute das vielleicht aufgestellt kann sein ja kann aber auch andere Gründe haben also klar das macht Spaß sich damit zu befassen und auch zu gucken welche Gruppen haben das aufgestellt wer hat das finanziert und so das ist aber vielleicht eher was für Oliver Janich oder so oder auch andere Leute in dem Bereich also für mich ist das auch absolut was es das ist halt immer die Frage sind solche Sachen alle zufällig man kann dann immer sagen ja wieso das war jetzt der und der Künstler und das und das Kunstprojekt aber wie du schon auch angedeutet hast solche Sachen werden finanziert es gibt immer Geldgeber oft gibt es noch Dachorganisationen die dann irgendwie da drüber stehen und ich glaube nicht dass jeder der irgendwie sowas macht oder da involviert ist weiß worum es wirklich geht aber es ist schon interessant es gibt ja auch man könnte jetzt genauso ein Bild zeigen mit Pyramiden oder mit Obelisken es es gibt es gibt gewisse geometrische körper und figuren die einfach immer mal wieder irgendwie so aufgestellt werden und eigentlich gibt es keine richtige vernünftige offizielle erklärung warum das so sein muss oder ist aber ich finde es sehr interessant sich damit zu befassen und es gibt halt verschiedene gruppen es gibt verschiedene gruppen vielleicht erwähne ich das nochmal in bezug auf diesen kubus die den kubus in einer in einem bestimmten kontext sehen ja also es ist so dass der kubus im adonismus wird der kubus auch mit der erde in verbindung gebracht einfach nur mit der erde mit 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 der ebene mit der materiellen ebene dann haben wir in der saturn genosis das ist glaube ich eher ein moderneres phänomen was worüber gregorius und auch innerhalb der saturn genosis gar nicht so viel geredet wird über diesen sogenannten saturnwürfel wie es immer heißt ich glaube das ist wirklich so ein so ein ding was aus anderen kreisen kommt eher aus diesen kabbalistischen kreisen als aus den saturn genostischen kreisen obwohl obwohl ja ja das ist natürlich so was ist auch wie gesagt eine spielerei für den suchenden verschwörungsaufdecker aber da gebe ich dir recht explizit so in okkulten system spielt das nicht unbedingt so die rolle ich meine es gibt noch den würfel als kubischen stein in der freimaurerei da ist er allerdings nicht schwarz da hat er dann auch den interessanten aspekt es gibt dann im alten und angenommen schottischen ritus im 18 grad im ritter rosenkreuz grad kommt es dann vor dass dieser würfel dann aufgeklappt wird und seine form praktisch offenbart als christliches kreuz mit der rose die für christus steht in der mitte man kann aber auch den den würfel wenn man ihn so ein bisschen dreht als hexagramm sehen dann halten wir praktisch den david stern und es gibt natürlich dann noch den bezug zur kaber in mecca das heißt in diesem würfel ist wenn man so will die symbolik auch der drei abrahamitischen religionen versteckt also es ist schon eine interessante sache also man kann das schon damit in verbindung bringen auch eben gerade als exoterische flügel magisch okkulter gruppierungen die diese religionen ganz bewusst installiert haben das ist meine theorie das muss nicht richtig sein aber das ganz bewusst gemacht haben also ich weiß nicht wer das war wer das geschrieben hat das kann crowley gewesen sein der mal sagte religionen sind das was übrig bleibt also sozusagen der abfall der magier also er hat es irgendwie so abfällig bewertet dass er gesagt hat das was die magier als 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 ja als als wertige lehre besitzen ja wird dann sozusagen für die massen ist es dann nur noch so der abfall der dann da so präsentiert wird und in dem moment letztendlich ist ja materie nichts anderes also leute die halt nach materie gieren und sich immer mehr anhäufen wollen das sind schrottsammler weil das ist ja alles weltraum schrott materie ist ja nichts anderes als weltraum schrott und die leute klammern sich an diesen materie brocken in verschiedenen formen ja wenn man das mal so ein bisschen abstrakter sich anschaut und bauen darauf tun alles dafür um irgendwelche materie brocken zu bekommen und die behalten zu dürfen für ihr kurzes erden dasein das ist schon ziemlich jämmerlich und erbärmlich finde ich wenn man sich darauf wenn man darauf wenn das das Zentrum der eigenen Existenz ist Geld Macht und Materie anzuhäufen da sind wir ja auch jetzt schon genau bei diesem Bild was man hier sieht ist dieses Unternehmen Blackrock und du hattest ja schon gesagt der Saturn oder Saturnus war dann im römischen Reich auch zuständig für die Staatsschätze und das finde ich so interessant wir haben ein Unternehmen einen Finanzdienstleister der auf den ersten Blick nichts mit Okkultismus zu tun hat wobei der schon eine beachtliche Macht angehäuft hat wo ich mich auch schon frage ob das ohne Hilfe von magischen Techniken so möglich ist stelle ich mal so in den Raum die Frage und der heißt jetzt ausgerechnet Blackrock schwarzer felsisch oder schwarzer Stein wenn man so will das muss man glaube ich gar nicht näher großartig kommentieren das kann man einfach mal so zeigen und die Zuschauer können sich ihre eigenen Gedanken darüber machen aber auf jeden Fall hat dieses Unternehmen nun ob gewollt oder zufällig einen unheimlich treffenden Namen gewählt das was es eigentlich darstellt könnte auch eine satanische Varietät von Petrus sein weil ja Jesus Petrus als Fels bezeichnet hat und er ist jetzt der schwarze Fels ja wobei man ja auch noch sagen muss nicht nur als 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 Felsen sondern der Felsen auf dem die Kirche gebaut ist ja ja genau eben das ist halt auch noch mal so ziemlich ja und wenn da gebe ich dir recht wenn das jetzt die satanische verdrehung wäre und das wäre jetzt nicht der Felsen auf dem die Kirche dann gebaut ist sondern eben der schwarze Felsen auf dem das Geld Imperium gebaut ist oder könnte man sagen die Kirche des Saturn Satan in diesem Fall vielleicht oder des materiellen Prinzips da ist das unheimlich passend es ist schon spannend also dass es dieses Unternehmen in dieser Form überhaupt gibt und dass es dann ausgerechnet diesen Namen trägt das fällt mir eigentlich echt schwer das als Zufall abzutun ja Spekulationen bleiben immer also man weiß nicht genau aber natürlich ich war bei der Gründung nicht dabei oder weiß nicht was die Geldgeber von Blackrock so im stillen Kämmerlein machen aber man kann ja einfach mal sich Gedanken darüber machen was solche Unternehmen sich als Aushängeschilder wählen und ob man das alles so im Bereich der Zufälle verordnen möchte oder ob man da Zusammenhänge gegebenenfalls sieht genau hier nochmal die Kaaba in Mekka auch interessant die Kaaba ist ein schwarzer Würfel in der Kaaba sie ist genau genommen ist sie ein Schrein Schreine sind per Definition ja kastenartige Aufbewahrungs Gegenstände für Reliquien also zumindest religiöse Schreine oder heilige Gegenstände und insofern das erfüllt die Kaaba sie ist ein Schrein es ist auch ein Tabernakel es kann auch ein Tabernakel sein in dem eben der heilige Leib oder eben in diesem Falle heidnische Götter auch bewahrt wurden sie enthält ja diesen schwarzen Meteoriten der ist außen an der Kaaba und innen drin waren mal vermutlich heidnische Gottheiten übrigens ja und interessanterweise in der islamischen Überlieferung Göttinnen es war ein Heiligtum für Göttinnen ich glaube Amid hieß die diese Mondgöttin oder wie hieß die na das wurden dort soweit ich weiß 360 Göttinnen verehrt verschiedene Statuen zumindest in der muslimischen Überlieferung und Mohammed hat dann irgendwann die Mekka in Besitz genommen und damit auch die Kaaba und hat dann all diese Göttinnen Figuren diese Idole beseitigt nur eine Darstellung der christlichen Maria die dort auch war soll er stehen gelassen haben was auch ganz spannend ist die Kaaba da könnte man auch ganz lange drüber sprechen man sieht jetzt außen rund um die Kaaba ist so eine kleine Mauer und die hat auf der einen Seite so einen Bogen da will ich nur mal ganz kurz noch mal drauf eingehen dieser Bogen erinnert noch an eine freimaurische Symbolik dort gibt es den königlichen Bogen im Royal Arch Grad und dort in der muslimischen Tradition praktisch in der ich glaube Nordwest Ecke der Kaaba bei diesem Bogen also auch dieser Bogen gehört zur Kaaba das ist eine Gesamtanlage ist das Grab der Legende nach von Ismail und Hagar also dem das ist ganz spannend die muslimische Legende sagt dass die Kaaba vom Adam errichtet wurde dem ersten Propheten und später hat dann Abraham oder wie er dort heißt Ibrahim auf seinen Wanderungen die Kaaba entdeckt die war verfallen und hat sie zusammen mit seinem erstgeborenen Sohn Ismail neu aufgebaut da gibt es auch eine Sure im Koran drüber dass die den Grundstein dort wieder legen und in der Bibel wird ja berichtet dass Hagar und ihr Sohn Ismail von Abraham verstoßen werden auf Wunsch seiner zweiten Frau Sarah hin und in der muslimischen Überlieferung ist es etwas anders dort lässt Abraham oder Ibrahim Hagar und Ismail dort zurück in Mekka und es ist sehr spannend weil das ist eben halt ein zentrales Heiligtum des monotheismus des abrahamitischen monotheismus etwas anders konnotiert und ausgedeutet als im christentum aber es hat halt diese schwarze würfel symbolik und steinsymbolik insofern schlägt es auch zu dieser doppeldeutigkeit von monotheismus und gegebenenfalls saturnkult wenn man so will irgendwie so eine brücke wobei wobei ich tatsächlich wenn ich diese drei religionen planetarisch verorten würde würde ich schon sagen der islam ist lunar ausgelegt also nach dem mond zum beispiel ist das tragen von gold verpönt es wird nur silber getragen das habe mir mal iman erklärt das gold ja gar nicht so angesehen ist sondern silber ja und das heißt also auch die mondsymbolik ist ja auch klar wir haben ja ganz oft diese mondsymbole in islamischen ländern und dann haben wir im christentum natürlich diese krasse solare symbolik vor allen dem katholizismus ich würde den katholizismus auch rausnehmen weil von den anderen christlichen strömungen ja weil das ist an sich schon ein kult für sich und dann haben wir saturn also quasi hast du dort saturn als männlichen part vielleicht dann den islam als weibliche seite als dunkle weibliche seite des saturns weil saturn und mond sind ja auch zusammen es ist ganz interessant und dann hast du das kind oder die solare in der mitte christus islam versteht sich selbst ist ja auch als religion der liebe und die göttin der liebe afrodite oder venus spielt auch in der muslimischen symbolik eine rolle man hat ja oft den mond was wiederum die muttergöttin ist und die venus denken wir zum beispiel an die flaggen verschiedener muslimischer staaten immer mondsichel und venus stern und in der traditionellen westlichen magie ist die farbe grün die farbe der venus genau darauf wollte ich jetzt auch besprechen und grün ist halt auch die farbe des islam und dann ist es noch interessant der gebetstag der muslime ist der freitag und freitag also auch wieder der venustag genau freitag wir haben im deutschen kommt von freya das wäre jetzt die germanische entsprechung der venus das heißt da ist eine große göttenen symbolik und wenn man dann eben noch diese diese überlieferung mit in betracht zieht dass mohammed dort eben göttenen idole zerstört hat also dass da auch also göttenen verehrt worden dann ist das schon interessant also da war in mekka scheinbar ein göttenen kult der ersetzt wurde durch einen monotheistischen gott kult manche manche schau noch mal auf das auf das judentum der schabbat ist ja der heilige feiertag im judentum der schabbat ist der samstag der beginnt nach am freitag nach sonnenuntergang beginnt der samstag ja und der samstag ist der tag des saturn und im christen und im katholizismus wird christus am sonntag verehrt am tag der sonne und wir haben im christentum im katholizismus diese unglaublich starke sonnensymbolik mit christus das mit diesen wochentagen die wochentage sind ja den planeten zugeordnet jetzt habe ich schon gesagt der freitag der muslimische gebetstag ist venus samstag wo schabbat ist saturn saturday saturn tag sonntag sonne und ostern haben wir diese jetzt steht ostern bevor ich weiß nicht ob wir die sendung noch vor oder nach ostern veröffentlichen wahrscheinlich erst danach also muss ich sagen ostern ist gerade vorbei da haben wir es ja auch so jesus stirbt am freitag am tag der venus gibt jesus sich praktisch in liebe hin dann ist er im toten reich am saturn reich sozusagen am samstag und am sonntag ist er wieder auferstanden also das ist ja karfreitag dann der samstag ist kein feiertag und dann kommt ostersonntag da finden wir das auch wieder ja und interessanterweise in dieser zeit wurde auch die fraternita saturni gegründet die wurde auf ostern gegründet 1928 war das oder 26 ne 28 meine ich und da wurde die loge erleuchtet und das ist halt auch wieder interessant weil ja an diesem tag fährt ja jesus in die unterwelt für drei tage der befindet sich am samstag in der unterwelt und steht am sonntag wieder auf ja das heißt unterwelt im sinne von er ist quasi in der auch wiederum verbunden vielleicht mit dieser saturn ebene dieser saturn sphäre weshalb dann auch dort diese loge gegründet wurde tolles bild borgwürfel total star trek fan gewesen immer haben wir mal rausgesucht einfach jetzt mal nachdem wir jetzt über weltreligion und okkulte vereinigungen gesprochen haben oder großunternehmen wie blackrock das ist jetzt ja popkultur science fiction star trek und da gibt es halt dann als eine ich weiß nicht ob man sie so nennen kann gibt es die borg und das ist so interessant die borg wir haben die haben ja wenn ich das richtig zusammen bekomme die könige sind so ähnlich so eine art transhumanistische rasse so ein maschinenwesen also wenn man von dem borg gefangen wird wird man dann die maschine angeschlossen und ist nur noch so eine drohne also ist der transhumanismus den repräsentieren die borg eigentlich zu ende gedacht und deren raumschiffe haben halt diese form von schwarzen würfeln da muss ich mich doch dann echt fragen wie viel okkultismus steckt eigentlich in star trek und mindestens so viel wie in star wars was habe ich mir da als kind als ich als ich raumschiff enterprise geguckt habe eigentlich reingezogen dass das durchschaut ja der otto normalverbraucher nicht aber natürlich der borg würfel ist ganz klar eine anspielung auf all diese szenarien die federation ist letztendlich die uno also du hast halt diese ganzen ideen die es auch in dieser welt heute gibt und damals gab spielen in star trek eine rolle ja auch dieser ganze sozialismus und so der da herrscht und dann halt auch die vereinigung aller völker und aller rassen und so das ist halt genau so ein thema wie es heute halt auch ist wird da bearbeitet das kennen wir auch aus vielen hollywood filmen da werden uns dann immer die sachen schon präsentiert die in irgendeiner form dann später umgesetzt werden gibt ja auch im ganz alten star trek gibt es ja die figur des spock und spock ist ja vulkania er kommt vom planet vulkan und vulkan ist der römische ja gott der schmiede die entsprechung des hephaistion ähm das ist da steckt der teufel drin vulkan ist auch hinten das ist eine art teufel und wenn man sich dann den spock anguckt den vulkania der hat auch so spitze ohren da hat man könnte man im gewissen sinne sagen eine art versteckte teufelsfigur er gibt aber den rabbinischen segen ja normalerweise so warte mal so ne aber er macht ja so und das ist letztendlich eine abart von diesem rabbinischen segen und das ist ja der buchstabe shin ja im alphabet also im alphabet im hebräischen genau und da kommen wir jetzt schon zu den nächsten tollen sachen hier mit den hebräischen buchstaben passend wo du es erwähnst ja ja erklär uns mal was sehen wir jetzt hier ja also das ist der kabbalistische raumwürfel der letztendlich die schöpfung symbolisiert wir wissen ja aus der aus dem alten testament ähm und vor allen Dingen auch im neuen testament wird es dann auch nochmal aufgegriffen am anfang war das wort und das wort war bei gott und das wort war gott und gott hat die idee dahinter ist im judentum dass gott die dinge benannt hat und dadurch wurden sie real dadurch sind sie materialisiert worden und die worte sind natürlich in hebräisch ausgesprochen worden nach der jüdischen lehre und diese hebräischen worte bestehen aus 22 hebräischen buchstaben dem aleph bett und wenn wir uns anschauen dann können wir genau sehen es gibt die himmels richtungen es gibt das zentrum es gibt oben und unten und das wir sind alle 22 buchstaben so angeordnet wie das in der kabbalah und dem raumwürfel sozusagen üblich ist und je nachdem quasi symbolisiert das die gesamtheit dann der materiellen welt die durch die buchstaben entstanden sind ja das ist so die idee dahinter ja ich habe ein interessantes buch über christlich oder frühchristliche symbolik da erinnere ich mich gerade dran und da habe ich was gelesen es gab irgendeinen frühchristlichen gelehrten ich kriege den namen nicht mehr zusammen der ist sehr unbekannt der hatte aber so einen titel sowas übersetzt hieß das so wie der indienfahrer indionopol irgendwas oder so müsste ich noch mal raussuchen bevor ich jetzt hier rumschwurbel aber so einen gab es also der war es war ein gelehrter der wahrscheinlich indien besucht hat wobei die frage ist was dann im frühmittelalter oder in der spätantike als indien definiert war ob das dann das heutige pakistan war oder wo indien jetzt genau begann östlich von persien aber das interessante war der hat gesagt das universum oder die welt ist ein würfel und das war so deshalb ist mir das in gedächtnis geblieben und musste ich mich gerade daran erinnern das ist vermutlich kabbalistisch inspiriert gewesen oder war dort auch irgendwie mit verbunden mit den lehren von isa gloria und ja der war der war ein paar jahrhunderte früher aber da ist natürlich dann auch die frage wie alt ist die kabbalah schaust du jetzt in normale lehrbücher dann heißt es die kabbalah entstand irgendwie im mittelalter ja da haben wir dann die kabbalistischen texte textzeugnisse und aber ganz sicher ist die kabbalah ein bisschen älter ich wollte gerade sagen es gibt extrem viele hinweise darauf dass die kabbalah überhaupt nicht jüdisch ist so wie vieles was jüdisch ist nicht jüdisch ist weil das fast das gesamte judentum ist adaptiert worden oder teile wurden aus heidnischen elementen zusammengebaut und man hat teilweise einfach geschichten erlogen das kann man auch verifizieren indem man sich zum beispiel das gilgamesch-epos anschaut wo dann geschichten auftauchen die eins zu eins übernommen worden sind von den juden nur die namen wurden halt verändert waren dann halt jüdische namen ja also deswegen kann ich mir vorstellen ist vielleicht auch die kabbalah ursprünglich ein sumerisches system oder was auch immer man weiß es nicht ich glaube man darf nicht den fehler machen wenn man an die antike welt oder die welt des altertums denkt aber auch schon im mittelalter ist es so dass man sich die die religion immer so als so abgeschlossene blöcke vorstellt heute haben wir ganz klar das christentum das judentum das islam da sind trennlinien da wurden kriege geführt da kommt keiner auf die idee das zu mischen aber gerade in den frühphasen entstehungsphasen der religion und da kann man jetzt noch die ganzen antiken religionen mit reinnehmen der römer griechen sumerer ägypter etc da war das fließend gruppen wurden auch manchmal erst im nachhinein zu einer religion definiert es gibt auch forscher die sich mit dem frühislam befassen und den frühislam als eine christliche gruppe deuten die dann ein eigenleben entwickelt hat bis daraus eine andere religion wurde genauso ist das christentum ja auch letztlich irgendwo aus dem judentum rausgewachsen mit starken griechischen einflüssen das judentum wiederum ist in dieser altorientalischen welt und in ägypten zu verorten und damit verwoben wir vereinfachen glaube ich immer ganz stark wenn wir so sagen das war es die und das die und die haben das jetzt geschnurrt das meine ich auch gar nicht nee nee ich meine nur so allgemein dass das so gemacht das judentum hat hat sich ja natürlich entwickelt aus verschiedenen hat viele verschiedene kulturelle einflüsse bekommen und hat sich die dann angeeignet aber was ich sagen wollte ist quasi dass die das dann als ihres ausgegeben haben genau das unsere tradition und das machen aber auch die anderen religionen gerne dass die irgendwelche kultischen elemente übernehmen wie auch im katholizismus das ist ja unglaublich ne Alexander Hislop von Babylon nach Rom tolles Buch kann ich jedem empfehlen der dröselt das so ein bisschen auf und erklärt dann halt wie viele kulturelle Einflüsse im katholizismus vorhanden sind das ist Wahnsinn das macht unglaublich Spaß sich das anzuschauen und das gleiche finden wir auch im Islam das gleiche finden wir wie gesagt im Judentum auch und natürlich sind die aus verschiedenen Kulten und Elementen zusammengebaut worden und hinterher hat man dann behauptet nee das war schon immer so und wir sind am Anfang da gewesen und das ist halt dann die Story die die verkaufen ich hab mal was interessantes gesehen das fiel mir dazu ein da war ich in einem Sikh Tempel und die Sikh Religion die ist im 16. Jahrhundert erst entstanden ist relativ jung und da fand ich das ganz interessant die Sikhs haben die haben 10 Gurus die haben so einen Hauptguru und dann hatten sie noch 10 Gurus die auf den folgten und da war in dem Sikh Tempel eine Abbildung das war ein Foto praktisch mit so kleinen Porträts dieser 10 Gurus und die waren angeordnet wie der Sifirotbaum in der Kabbalah da hab ich echt gestaunt hab ich gedacht wie da jetzt die Verbindung ist ob das bewusst so gemacht war oder ob das aus ihrer Lehre eine logische Folge war auch ihre Gurus so anzuordnen weil jeder Guru natürlich auch für etwas steht und so weiter und so fort aber wir wollen heute nicht über die Sikh sprechen deswegen hab ich grad meinen Kader hochgehalten weil ich tatsächlich eine Zeit lang als Sikh unterwegs war und auch Kundalini-Junga praktiziert habe und dann eben auch Sikhismus praktiziert habe und auch aus dem Sikh-Kudu-Kudan-Sahib gelesen habe jeden Morgen das Mul-Mantra und viele andere Sachen gemacht habe die zum Sikhismus gehören ich merk grad vielleicht müssen wir mal eine Sendung über die Sikh-Religion machen die ist sehr sehr spannend was viele nicht wissen die Freimaurerei ist ja auch weltweit verbreitet unter anderem auch in Indien ist klar Indien war britische Kolonie die Briten haben natürlich dort Freimaurerei implementiert aber die die meisten Inder die Freimaurer sind sind Sikhs also das das ist auch interessant weil weil auch die Sikh-Religion so universalistische Tendenzen hat das ist ein bisschen Freimaurerei kompatibel es gibt ja die Nihan Bruderschaft und die Nihan Bruderschaft ist eine Krieger Bruderschaft die ähnelt aber tatsächlich vielleicht in manchen Punkten schon der Freimaurerei und deswegen könnte ich mir vorstellen sind viele Sikhs die Interesse haben an dieser Struktur die dann auch Freimaurer werden weil sie eben auch eigentlich schon für Gleichheit und Toleranz und Humanismus stehen vielleicht nicht immer unbedingt genau so wie das die Freimaurerei selber definiert aber die Ideen sind ähnlich und ja vielleicht machen wir da auch nochmal was finde ich cool bestimmt liebe Zuschauer schreibt mal Kommentare ob ihr da Lust zu habt jetzt müssen wir aber bei unserem Thema bleiben Saturngnosis und Satanslogen und wir haben jetzt eigentlich glaube ich ganz gut erklärt was so Saturngnosis ist in ihren Grundzügen und ein paar schöne Bilder auch gezeigt jetzt wollen wir aber auf dieses Thema Satanslogen zu sprechen kommen wir hatten vorhin schon Alistair Crowley und dann Gregorius wo du schon gesagt hast dass gerade Crowley ist sowas wie der Urvater aller modernen satanischen Strömung bei dem das selbst aber mehr so durch die Blume so transportiert war die satanische Lehre wenn man sie so nennen kann bei Gregorius dann vielleicht über den Umweg des Saturn etwas expliziter aber dann fangen irgendwann sag ich mal satanische Organisationen an zu existieren wo es ganz explizit wirklich um Satan und um Satanismus geht und da wollen wir jetzt uns mal ein paar Sachen zu anschauen da haben wir auch wieder Bilder vorbereitet und wir steigen mal ein mit zwei Tarotkarten einmal aus dem Rider-Waite-Tarot und dann aus dem Crowley- oder Todd-Tarot mit Darstellung des Teufels kannst du ja vielleicht mal ein paar Sachen zum Einstieg zu sagen also das Erste ist natürlich es ist die 15. Tarotkarte die Zahl 15 wird in der Magie auch mit Saturn in Verbindung gebracht ja die Quersumme wäre zwar 6 und dann wäre das wieder Sonne spielt aber hier keine Rolle weil nach Agripa von Nettesheim gibt es verschiedene Zahlen die dem Saturn zugeordnet werden und das ist unter anderem die 15 dann haben wir auf der linken Seite aus dem Rider-Waite-Tarot den Teufel der auf einer Art Doppelkubus steht ja und dieser Doppelkubus wird unter anderem bei Crowley und auch im Hermetic Order of the Golden Dawn als magischer Altar verwendet auch der OTO benutzt diesen Doppelkubus was interessant ist wahrscheinlich hat man einen Doppelkubus genommen weil ein einfacher Kubus zu klein war weil man sich sonst immer zu sehr bücken müsste wenn man da irgendwo dran rum und auf diesem Doppelkubus sitzt eben der vermeintliche Teufel der hier in der Darstellung des uns schon bekannten Baphomet dargestellt wird Baphomet soll wohl ein Götze der Templer gewesen sein aber das ist vielleicht auch nochmal eine Sendung wert über Baphomet zu reden weil da gibt es unglaublich viel es ist also eine Teufelsdarstellung die mit einer Hand nach oben grüßt die rechte Hand ist wieder zur Segensgeste gemacht und zwar dem Shin das umgedrehte Shin Symbol finden wir in vielen alten traditionellen satanischen Kreisen in den sogenannten kabbalistisch satanischen Kreisen und hier ist es aber gerade nach oben dargestellt warum weiß ich nicht warum man das dann so gemacht hat aber er hält eine Fackel nach unten mit der anderen Hand die Fackel war in der Antike oft ein Symbol was mit PKT in Verbindung gebracht wurde oder auch mit Luna und die Fackel die nach unten gehalten wird steht immer für den Tod und die Unterwelt die Fackel die nach oben gehalten wird steht für das Leben wir haben zwischen den Hörnern der Dualität das Pentagramm mit der Spitze nach unten das ist ein Symbol in der okkulten Tradition für die Manifestation von Ideen Gedankenform Geistern oder anderen Wesenheiten dann stehen links und rechts zwei Menschen ein Mann und eine Frau mit so kleinen Teufelshörnerchen und einem Feuerschwanz und einem Schwanz aus Weintrauben so ein Weintraubengewächs und die sind angekettet an diesen Doppelkubus des Teufels die sind angekettet an die Materie das ist das Symbol was dahinter steht da würde ich noch ganz schnell entschuldige das nicht unterbrechen aber da möchte ich noch so einen kleinen Aspekt mal hindeuten weil die Tarotkarten die kann man sich wirklich immer wieder angucken man entdeckt immer neue Sachen ich habe auch schon mal mal mit Freunden aus der Freimaurerei damals die auch Ahnung hatten da haben wir mal mehrere Tarotdecks bei mir im Wohnzimmer alle so aufgebracht also die große Arcana untereinander gelegt und dann das stundenlang verglichen und geguckt hier ist ein interessanter Aspekt die beiden Figuren sind angekettet aber die Kette ist total weit die könnte man theoretisch sich einfach über den Kopf ziehen also die Gefangenschaft ist eine ja in einem gewissen Sinne scheinbare die ist freiwillig genau die haben die Kette um aber die ist nicht eng die ist nicht eng anliegt die kannst du dir einfach über den Kopf ziehen kannst du weggehen also das sind so kleine Details die da versteckt sind wo ich die Karten immer wieder total spannend finde was man da eigentlich so sieht und findet ja und auf der auf dem A215 von Crowley sehen wir eine tibetische Bergziege mit einem dritten Auge und einem Blumenkranz also es macht das macht den Teufel hier auf diesem Bild etwas freundlicher Crowley hat den Teufel tatsächlich auch mit Glück in Verbindung gebracht weniger mit dem Bösen sondern eher mit Glück und Freude und mit Lebenskraft auch für Crowley war der Teufel ein Sinnbild sexueller Freude und Lebenskraft und das sieht man auch da er auf den Hoden eines Phallus steht und der Phallus der Penis durchstößt oben einen Saturnring zwischen den beiden Hörnern der Dualität des Teufels das ist auch wieder schön da haben wir Saturn unten sehen wir dann auch noch den hebräischen Buchstaben ein und ein ist das Auge das wird auch wieder durch das dritte Auge auf der Stirn des Teufels symbolisiert was dann eben auch mit den spirituellen Welten in Zusammenhang steht mit dem Sehen des Unsichtbaren mit der Geisterwelt und so weiter ist auch interessant dass die Hörner der Ziege sind natürlich gedreht spiralförmig natürlich klar wegen Energie Energie und die Spirale ist ja auch so ein Symbol für eine Fraktalstruktur sozusagen im Universum oder in der Schöpfung oder im Geist ist es halt diese selbst ähnelnde Wendeltreppe findet man dann auch in der englischen Freimoral die Wendeltreppe im zweiten Grad Fellow Croft Mason wo das dann der Zugang im Salomonischen Tempel zum Allerheiligsten ist und das Horn das ist auch noch interessant die Juden haben das sogenannte Schofar das ist ein Horn in das sie reinblasen um den Teufel zu vergraulen oder zu vertreiben ja also auch das ist hier wieder auch interessant in dem Zusammenhang und dann gibt es hier noch das astrologische Symbol des Steinbocks ganz unten und wir sehen wie in diesen Hoden Menschen sich winden und regeln Männer Frauen Kinder alles mögliche die letztendlich darauf warten ins Sein zu treten weil sie noch in einem unbewussten Zustand sind und der Teufel steht auf diesen Hoden dieser Ebene des Unbewussten und in der Mitte ragt dann sozusagen die Sonnenscheibe es ist ein Symbol des Sonnengottes was da heraus nach oben ragt hier ist wahrscheinlich die Sonnenscheibe von Edfu abgebildet die im Krolianischen System Hat oder Hadid symbolisiert und den Mittelpunkt des Menschen symbolisiert als Willens Energie als ein Sinnbild des Willens im Menschen selbst und auch das hängt wiederum viel mit diesem Teufel zusammen der den Eigenwillen symbolisiert und nicht den Willen eines übergeordneten Wesens eines Gottes das heißt man will ganz bewusst nicht den Willen eines anderen erfüllen eines Gottes eines übergeordneten Wesens sondern den eigenen wahren Willen will man verwirklichen und das ist immer in allen sagen ich mal in allen großen Religionen ist der Eigenwille immer eine ganz schwierige Geschichte weil es immer darum geht dass man bestimmte Regeln einhält die ein Gott aufstellt und da kann man nicht immer den eigenen Willen walten lassen sondern man muss sich unterdrücken und muss Dinge tun die man vielleicht scheiße findet im Islam darf man eigentlich keine Musik hören ganz genau genommen aber ich kenne fast jeder Moslem den ich kenne hört Musik aber sie dürfen es eigentlich nicht und man darf auch kein Glücksspiel machen das heißt du kannst nicht ins Casino gehen oder mal eine Runde zocken oder so es geht als Moslem nicht und genauso ist im Christentum darfst du keine polygamen Beziehungen führen auch wenn alle Beteiligten einverstanden damit sind das geht nicht im Judentum gibt es auch Regeln und der Teufel symbolisiert genau diesen Übertreten dieser Regeln und Gesetze die dann aber zur Erfüllung der Freude führen sollen und das ist auch ein interessanter Punkt wenn wir jetzt zum Beispiel auf LaVe kommen könnten dann kann ich dazu noch was erzählen machen wir später ich würde noch kurz hier einen kleinen Aspekt reinbringen kultur geschichtlicher Art jetzt sehen wir hier der Teufel bei Crowley trägt eben den Blumenkranz und es gab dann ja die Hippie Bewegung später und die 60er Jahre und da war Crowley dann ja letztlich eine Art Pop-Ikone der Pop-Ikultur und das ist auch Flower Power hier das Lied if you're going to San Francisco wear some flowers in your hair das kommt so harmlos daher Blumen und Blumen Kränzchen die Leute wissen aber nicht was sie tun ich will es jetzt gar nicht im wahrsten Sinne des Wortes verteufeln macht was ihr wollt Leute ich war ja auch in der Zeit nicht gelebt ich finde es immer ganz schwierig moralisch jetzt irgendwie Zeiten wo man nicht dabei war irgendwie so zu verurteilen aber ich sehe den Zusammenhang ganz klar die Hippie Bewegung Love Sex Drug and Roll und alles was so in den 60ern kam mit der Blumenkranze Bolik das passt das ist letztlich hat das mit dem Teufel zu tun nur am Rande erwähnt dass man sich genau aber da noch in der Zeit der Teufel als Befreier von den einengenden Religionen und Gesetzen und moralischen Vorstellungen der damaligen Zeit als Befreiung aus dieser Fremdbestimmung und das kippt aber auch irgendwann wieder aber das ist dann noch viel weiter weg wir haben dann erstmal 1966 mit mit Anton Chando LaVey der dann sozusagen das aufgreift das ist auch noch ein schönes Bild ja LaVey und Church of Satan machen wir später okay das ist auch geil William Blake das Bild der rote Drachen kennt man eher aus diesen Hannibal Lecter Filmen gibt es auch eine Folge der rote Drachen das ist interessant das hat der im 18. Jahrhundert gezeichnet ich finde das sieht so modern aus wenn ich es nicht wüsste würde ich nie auf die Idee kommen dass das ein so altes Bild ist von mystischen Maler und Dichter William Blake auch eine ganz faszinierende Persönlichkeit muss man auch nochmal in Ruhe drüber sprechen aber hier der hier ist es so interessant hier ist dann die Figur des Teufels oder des Satans oder Lucifer wird ja immer alles so ein miteinander vermischt identifiziert mit dem mit der Figur des roten Drachen und es gibt später dann auch satanische Organisationen die sich danach benennen und vielleicht kannst du uns ja mal erklären kurz und bündig wer oder was ist jetzt der rote Drachen und wieso wird der mit dem Teufel oder Satan in Verbindung gebracht genau also in der Bibel und zwar in der Offenbarung des Johannes wird ein roter Drache beschrieben der ein Drittel der Sterne mit seinem Schweif vom Himmel schlägt und das wird oftmals mit dem Fall Satans aus dem Himmel verglichen der dann einen Teil seiner Anhängerschaft mit auf die Erde nimmt und dann eben auf der Erde als Drache wütet ja die Übersetzung roter Drache wird auch manchmal als feuriger Drache übersetzt ja Feuer rot das vermischt sich immer so ein bisschen und wir haben dann auch später in sogenannten älteren Grimoires das sind so Zauberbücher die so zwischen dem 12. bis 18. Jahrhundert ihre Hochzeit hatten da gibt es dann auch Beschreibungen und Anrufungen des feurigen des warfeurigen roten Drachens und all solche Geschichten wo eben dieser Drache eine besondere Rolle spielt in der schwarzen Magie oder in der Magie des Dunklen und ja der rote Drache ist letztendlich ein Synonym für den Teufel und ja symbolisiert auch in der Farbe rot das ist auch vielleicht noch erwähnenswert rot war und ist eigentlich die Farbe die im Judentum am meisten verachtet wird warum weil wir haben Esau und Jakob oder Jakob Jakob und Esau ist der Bruder von Jakob und Esau hat aber das Volk der Edomiter gegründet ja das ist auch nochmal so eine Geschichte ich weiß nicht ob wir das jetzt hier kurz beleuchten mit weiß ich nicht aber auf jeden Fall Esau hat die Edomiter gegründet das Volk der Edomiter und Edom heißt rot und das war immer ein Volk was den Juden nicht so freundlich gesonnen war beziehungsweise die Juden mochten ihn nicht weil Jakob hat Esau beschissen er hat ihn einfach betrogen ja um seinen Erbanteil und vor allem um seinen Segen das sind ja genau den Segen des Vaters die Söhne Abrahams und eigentlich hätte Esau der Ältere gesegnet werden müssen vom Vater und Jakob hat sich diesen Segen erschlichen genau und die Juden haben heute noch Angst vor dem Zorn des Volkes Esaus der sie treffen könnte und vor allen Dingen die Lügen die Jakob aufgetischt hat aufdecken könnte und also das ist halt es geht sehr in die Tiefe und da kann man manchmal auch gar nicht so direkt auf YouTube über solche Sachen reden aber jetzt wollen wir auch liebe Zuschauer wenn ihr jetzt schreibt nein warum wechseln ihr das Thema das wollen wir näher hören schreibt Kommentare was ihr euch wünscht Alex und ich führen noch weitere Gespräche und können dann auf eure Wünsche noch eingehen jetzt machen wir mal weiter mit dem was wir so vorbereitet haben hier sind jetzt so ein Einstieg in zeitgenössischen Satanismus das ist jetzt ein Zeitungsartikel von 2002 20 Jahre alt da gab es also so einen skurrilen Fall wo ein junger Mann irgendwie durchgedreht ist der so aus einer satanischen Gruppe kam und einfach mal man gibt ja auch den Begriff satanic panic gerade in den USA wird dann in Medien immer regelmäßig so vor den satanisten gewarnt die überall lauern und Leute umbringen ein bisschen dramatisieren aber da ist eben halt auch zum Teil was wahres dran also wir wollen das jetzt mal so ein bisschen raus arbeiten es gibt dann wirklich verschiedenste sich als satanisch definierende Organisation irgendwann und dann immer wieder auch Mitglieder die durch Gewalttaten auffallen genau also dieser Fall hier ist mir sehr gut bekannt und ich kenne auch sämtliche Hintergründe dieses Falles der Ingolf Christiansen das ist übrigens ein Sekten Beauftragter gewesen für Niedersachsen Südniedersachsen und der ist inzwischen in Rente aber der war damals so die Ikone auch Anfang der 90er bis eben ja irgendwann ich weiß nicht wie lange der gemacht hat oder bis 2010 noch aktiver aber auf jeden Fall war das so der Mann an den sich dann alle Zeitungen gewandt haben oder irgendwelche Leute die irgendwas recherchiert haben über Satanismus und Übergriffe und so weiter und in dieser Geschichte oder in diesem Artikel geht es darum dass ein junger Mann von zwei Jugendlichen irgendwie blöd angepöbelt wurde und er dann Messer zieht und das dem einen dann an den Kopf fällt und ihm sagt ich bin Satanist ich werde euer Blut trinken und und der Christiansen beurteilt diesen jungen Mann als einen sogenannten psychotischen Satanisten der damals so Kategorien aufgestellt was gibt es für Satanisten also Ordens Satanisten die organisiert sind dann gibt es einzelne Satanisten die so ihr Ding machen und da irgendwelche Filme fahren oder so psychotisch sind und als psychotischen Satanisten wurde auch dieser junge Mann hier bezeichnet was aber nicht was ich weiß dass das nicht stimmt und es ist halt insofern interessant was die Medien daraus machen die greifen das immer wieder gerne auf und lehnen diese Themen auch unglaublich auf es ist zwar so dass es hier und da auch mal irgendwo einen Mord gab der aber ganz oft gar nicht viel mit Satanismus zu tun hatte sondern mit der Symbolik gespielt hat und wenn man sich mal den Hintergrund angeschaut hat dieser Personen die das durchgeführt haben dann hatte das meistens ganz andere Hintergründe da wurde dann nur dieses Element Satanismus benutzt und die Leute hatten auch oftmals gar nicht so viel Ahnung über Satanismus und das sieht man dann schon an bestimmten Details oder Aussagen dieser Personen dann später auch und was hier passiert ist war ein blöder Unglücksfall und ich selbst war damals dabei und weiß dass die Jungs den Mann provoziert haben und er sich dann auf die losgemacht hat und da kommt der Punkt wo ich sagen würde das ist in dem Fall schon eine Form von Satanismus in dem jemand so reagiert oder reagieren kann weil Satanismus hat oftmals mit Extremen zu tun da geht es um extreme Sexualität es geht um extreme Lebensart es geht um jede Form von extrem eigentlich im Satanismus weil sich da was aufgestaut hat was ich entladen will und viele die Satanisten werden erkennen dass in dieser Welt etwas nicht richtig funktioniert und wollen sich dann befreien und dieses befreien ist immer sehr laut und ist mit viel Fasching verbunden um es mal so auszudrücken und dann kommt es eben zu solchen Situationen dass Leute durchdrehen und sagen ich lasse mir von dir nichts mehr sagen oder so ich bin jetzt Satanist und ich haue dir auf die Fresse weil ich keine Angst mehr habe weil ich diene ja dem Herrn der Angst und des Dunklen und so weiter und dann kommt sowas zustande und die Leute die irgendwen umbringen und sagen es war ein Satans Mord keine Ahnung ob die sich profilieren wollen aber es gibt eben auch Leute die haben auch irgendwo ein Problem mit sich selbst und projizieren dann und sehen dann das Ganze so ja Satan ist der böse also mache ich jetzt was böses und also da gibt es verschiedene Ansätze warum Leute so was machen Ja es ist fast schon so wie bei muss ich gerade dran denken wie in anderen Religionen wenn jemand zum Terroristen wird es gibt manche leiten aus ihrem Glaubenssystem eine Gewalt legitimation oder manche leben die Religion so wie sie vorgesehen ist oder so das kann man diskutieren jetzt ist es so beim Satanismus und Satans es ist ein was man an diesem netten kleinen Comic Bild jetzt sieht es ist ein unheimlich weites Wissen wo er uns über die historischen Hintergründe da alles möglich erzählen könnte sondern eben halt auch durch seine langjährige Logen Erfahrung persönliche Anekdoten wie jetzt diesen Gerichtsfall wo er dann selbst dabei war bei der Verhandlung und noch unzählige Anekdoten wir haben nicht die Zeit alles zu besprechen das müssen wir in anderen Sendungen nachholen aber einfach dass ihr so einen Eindruck bekommt liebe Zuschauer so von von dem Erfahrungsschatz den Alex hier eigentlich mitbringt weil er hat wirklich von diesen Themen Ahnung wie kein anderer den ich kenne speziell bezogen auf Satanismus und es ist einfach spannend weil wir als Otto Normalbürger das ganze Thema oft so ganz platt angucken da gibt es irgendwie die Satanisten und vielleicht weiß man ja gut es gibt zwei drei Gruppen aber es sind ein paar mehr und auf diesem Comic Bild werden mal so mehrere moderne satanische Organisation vorgestellt mit ihren Gründern als Comic Figur und vielleicht kannst du uns da einfach mal im Schnelldurchlauf durchführen ohne dass wir jetzt jeden Orden bis ins letzte Detail besprechen aber dass einem mal klar wird was es da eigentlich so gibt genau ich fange einfach mal von oben links an arbeite mich dann rechts durch und dann wieder links in der Mitte und so weiter also wir ganz oben links den Satan wurde 1966 in Kalifornien gegründet von Anton Chandel Lave der selbst irgendwie mal so einen Okkult Club hatte die auch ganz skurrile Dinge getan haben die später dann aber unter gegangen sind und das ist sehr interessant weil die Church of Satan wird oftmals so als eine Art Hollywood Satanismus wahrgenommen und mit Hollywood Satanismus meine ich eher so ein Show Satanismus mit Plastik toten Köpfen und lustigen Gestalten die dann irgendwas über Sozialdarwinismus erzählen und exzessive Partys und Spaß und Geld und was auch immer und aber der Club der vorher existierte bevor die Church of Satan in Erscheinung trat den auch LaVey gegründet hat war ein experimenteller okkulter Club die unter anderem Dinge gemacht haben wie Kannibalismus es gibt eine Geschichte wo LaVey in seinem Club dann so ein paar Leute einlädt wobei man da auch eventuell mutmaßen kann ob das schon bekanntere Leute waren weil er hat auch viel mit Schauspielern zu tun gehabt und eben Leute aus der Hollywood Szene und die die ein Bein gegessen heißt es so ist die Story wo sie das her hatten keine Ahnung und die haben auch andere komische Experimente gemacht damals war ja SM und solche Sachen also Bondage und BDSM war noch nicht so in den 60er Jahren war noch nicht so publik und solche Sachen haben die da auch gemacht also ihren Fetisch ausgelebt und irgendwelche perversen Sachen gemacht sexuelle perverse Sachen die damals teilweise noch unter Strafe standen und heute nicht mehr und das ist so das Ding und dann hat er irgendwann eben diese Church of Satan gegründet und sah in Satan eben den Menschen und als Tier der Mensch ist ein Tier und dieses Tier möchte sich befriedigen und hat das Recht darauf sich die Welt untertan zu machen und das ist so die Idee dahinter also der Mensch im Mittelpunkt als Satan und das ist das was auch LaVey in seiner Satanischen Bibel wieder gibt das heißt der Glaube an Satan ist der Glaube an sich selbst das ist die Doktrin von LaVey und er hat dann auch noch einen Orden gegründet den Order of the Trapezoid und innerhalb dieses Ordens sind dann wieder andere Dinge interessant ja das heißt also die meisten konzentrieren sich auf die Church of Satan aber nicht auf den Order of the Trapezoid zum Beispiel und ich vermute dass eben auch innerhalb dieses Ordens Dinge passieren die dann nicht mehr so für die Öffentlichkeit sind das heißt also auch Geschäfte oder sexuelle Fantasien ausgelebt werden die wo man nicht will dass das so unbedingt rauskommt und es geht da hauptsächlich um Fleischeslust es geht um Befriedigung es geht um Ego es geht um Geld das sind die Zentren es geht nicht um mystischen Kram oder Esoterik überhaupt nicht sondern es geht hauptsächlich um Macht und sexuelle Befriedigung und Geld Also es ist ein sehr profanisierter Satanismus total total ist ja auch interessant es erinnert mich jetzt ein bisschen an die Freimaurerei nicht weil die satanisch ist wie jetzt viele vielleicht gerne hören wollen sondern weil auch dort eine esoterische Lehre eigentlich hintersteht die unheimlich komplex ist und facettenreich dann aber so im Logenalltag oder in ganz vielen Freimaurer Organisation ganz platt und oberflächlich irgendwie nur gelebt wird aber kommen wir so ein bisschen auch mit Blick auf die Uhr mal im Schnelldurchlauf auf die anderen Organisationen kurz zu sprechen Das ist die jüngste Organisation hier auf diesem Bild die wurde von Lucian Grace nicht gegründet aber er dient sozusagen als Pappfigur dieser Gruppierung die stellen auch immer mal gerne irgendwelche Schauspieler ein um sich zu inszenieren sind sehr gute Leute die sich gut inszenieren können und die viel nach außen wirken auch in den Medien und immer mal wieder irgendwo auftauchen die sind aber auch eher so organisiert als Bewegung ja es ist eine Bewegung die haben viele Chapters und viele ja überall gibt es die inzwischen die haben würde ich sagen ist die mitgliederstärkste Gruppierung von allen hier und ist es nicht auch so dass sich dort bei dem Satanic Tempel viele der Mitglieder gar nicht im okkulten Sinne als Satanisten sehen sondern die meinen Satanismus sei sowas wie eine art hedonistisch atheistische Lebensphilosophie so nach dem ich lehne so die ganzen werte der bürgerlichen gesellschaft ab will irgendwie spaß haben und dann ist es total hip so ich bin Satanist ja also die passen sich sehr gut der fortschreitenden agenda an ja also die agenda die gewollt ist unterstützen die auch wenn es erstmal nicht so aussieht weil die oftmals dann eben sachen machen die extrem sind die sind nicht extrem ja wenn die mit rumlaufen dann ist das nicht extrem das ist gewollt und das machen die die pushen alles was irgendwo in die Richtung geht die sowieso gewollt ist aber vermischen das dann mit Satanismus und darüber empören sich dann entweder Christen oder Leute die von außen drauf schauen und sagen ja hier Verschwörung und Pipapo aber es wirkt schon so wie eine Organisation die gegründet wurde wie soll man das sagen vielleicht als Einstiegsdroge oder als Satanismus in Supersoft vermischt so mit linkspolitischem Aktivismus wirkt auf mich eigentlich echt wie so eine Marionetten Organisation wo es sehr dubios ist wer und was da jetzt so wirklich hinter steckt die sind absolut gekauft hundertprozentig die sind gekauft mir ist Lucian Grace bekannt aus anderen satanischen Kreisen die wo er da gab es diesen Tempel noch nicht da kannte ich den schon und also war er mir bekannt und war relativ erfolglos und man hat ihn dann irgendwann bin ich mir ziemlich sicher angesprochen ob er was machen will in eine andere Richtung was Neues und dann hat man ihn gefragt ob er als Pappfigur da stehen will und da den Arsch hinhalten möchte und weil er der Typ ist mega aufmerksamkeitsgeil er wirkt so leger und weiß ich nicht charmant aber der hat der holt sich da mega einen drauf runter und findet das total geil dass er endlich Erfolg hat im Leben und dann da durch so eine Organisation da sehr zu groß gemacht wurde der wurde groß gemacht wie du schon sagtest das ist ein Instrument nach außen aber auch die Church of Satan kann man durchaus als äußeres Instrument sehen für eine innere Organisation auf jeden Fall das sind beides Organisationen die jetzt sag ich mal der Autonormalverbraucher kennen würde als satanische Gruppierung und sagen ja ja die Satanisten Church of Satan oder Satanic Temple aber aber wie du aber wie du schon sagst das sind eigentlich noch sehr softe Gruppierungen die nicht wirklich extrem sind also im Sinne von dem was im Satanismus an extremen Handlungen so im Spektrum möglich ist die kommen ja aus diesem Lavelschen aus dieser Tradition da kommen die ja her und was vielleicht noch erwähnenswert ist dass dieser Lavelsatanismus ganz gezielt dafür installiert wurde um quasi bestimmte Sachen um abzulenken von den wirklich extremen satanischen Kreisen weil die treten nach außen groß und laut auf und sagen das ist Satanismus wir machen nichts mit Kindern und Tieren wir sind ganz lieb und wir finden es toll wenn alle frei sind und und Spaß haben und die Organisationen die sich dahinter verbirgen oder verbergen das sind meistens dann die eben aus einer anderen Richtung kommen die auch okkult sind und die auch magische Ziele haben oder überhaupt bestimmte weltliche Ziele im größeren Stil ob sie das immer erreichen ist eine andere Frage aber die haben auf jeden Fall Macht so ja Allmachts Fantasie Ich gehe mal ein Bild weiter weil da haben wir auch noch mal die Logos von verschiedenen satanischen Organisationen genau wir können nicht über alles heute sprechen also wir sehen ich dachte wir gehen jetzt jede Gruppe einmal durch so kurz ja dann sind wir noch drei Stunden hier aber liebe Zuschauer wenn ihr euch das wünscht dann holen Alex und ich das nach heute wollen wir so ein bisschen das vorbereitete Programm abarbeiten weil wir haben jetzt hier noch mal Logos von einigen Organisationen die man noch eben auf dem Bild sah nur die wo wir jetzt mal mehr drauf eingehen wollen also wir sehen schon in der Mitte das mit der Taube ist der OTO Ordo Templi Orientis die Crowley Organisation beziehungsweise die Crowley mal gekapert hat dann ganz interessant nur mal am Rande erwähnt diese Satanic Antifaschists Action also es gibt jetzt auch eine Strömung innerhalb der Antifa die sich zumindest der amerikanischen Antifa die sich als satanisch bezeichnet und da ist das so ein Polizatanismus wo ich auch sagen würde das ist so steht dem Tempel auf es gibt es schon länger es gibt es tatsächlich es gibt eine kommunistische satanische Linie und die ist die gibt es schon sehr lange das ist klar da habe ich ja selber Sendung drüber gemacht aber dass sie jetzt es gibt richtig kommunistik satanism irgendwie sowas heißt das es gibt tatsächlich so eine auch nach außen auftretende kommunistische satanische wenn der kommunismus nicht wie ich denke sowieso von Anfang an was satanisches war aber dass jetzt die Antifa Gruppen die jetzt so hip sind so auftreten zumindest in dem Ausmaß die sind auch oft aus dem die kommen oft aus dem Kreis vom satanic Tempel das wollte ich nämlich gerade sagen da hat nämlich dieser satanic Tempel der macht ja auch so ein bisschen so Politaktivismus und der verschwimmt dann also der hat dann der ist offen sage ich mal zum politischen Aktivismus und die diese Antifa Gruppen die offen sind wiederum zum satanismus die treffen sich dann da da gibt es irgendwo so ein Feld wo das verschwimmt aber das das wollen wir nur am Rande machen heute viel spannender finde ich die beiden Organisationen da wollen wir im Detail drauf eingehen was man jetzt oben links sieht order of der neuen Winkel und unten den Dragon Rouge Orden und da hast du ja zu diesen beiden Organisationen wirklich viel zu erzählen ja also fangen wir vielleicht erstmal die etwas weniger intensive Gruppierung an und das ist der Dragon Rouge das ist das Symbol unten rechts das ist eine Gruppierung die letztendlich auf Kenneth Grant zurück reicht der ja auch im OTO Mitglied war und auch mit Crowley bekannt war und der dann den Typhonien OTO gegründet hat also der Typhonische Typhon ist die griechische Bezeichnung gewesen eines Ungeheuers der aber auch identisch war mit Seed und das ist das Wichtige das ist die Verbindung zu Seed und Seed ist letztendlich so wie man es heute versteht in diesen Kreisen der ägyptische Satan ja und dieser Orden bezieht sich eben auf diese Lehren des Typhonien OTO und auch auf die Lehren von Kenneth Grant und ist sozusagen eine Fortführung dieser Tradition die bis auf Crowley zurückführt die sich hauptsächlich mit der dunklen Seite der Kabbalah beschäftigen und das nennt sich dann auch klyphotische Kabbalah klyphot oder klyphot wie man das aussprechen will ist die es gibt den Baum des Lebens in der Kabbalah mit den sogenannten Sefirot das sind so Bereiche so Ebenen Sphären die letztendlich bestimmte Aspekte Gottes darstellen und dann gibt es den Baum des Todes der manchmal auch die Kehrseite als Baum des Lebens geschrieben wird und da gibt es dann die sogenannten klyphot oder klyphot und als Gegenpol zu den Sefirot und dieses Wort klyphot oder klyphot bedeutet Zornschale oder halt eine Schale die einen Sprung hat ja und in diese Schalen ist letztendlich das Böse ausgegossen und aus diesen Schalen läuft das Böse aus in diese Welt und das Böse hat verschiedene Aspekte und die gliedern sich wiederum in verschiedene Ebenen auf die man auf dem Baum des Todes sehen kann und damit arbeitet letztendlich der Dragon Rouge mit diesen Ebenen des Bösen die verschiedene Aspekte des Bösen darstellen wobei man hier das Böse nochmal differenzieren muss Böse ist ja im Kontext dieser kabbalistischen oder jüdischen Tradition das was gegen die Lehren des jüdischen Gottes gehen also das was der Gott im Alten Testament sagt dagegen wird verstoßen die Juden kennen 613 Gesetze die sie einhalten sollten und diese diese bösen Kräfte richten sich gegen diese 613 Gesetze die Nichtjuden kennen die noachidischen Gesetze das sind nur sieben und auch gegen die wird gearbeitet ja und das fängt an von Ehebruch geht über was auch immer Diebstahl oder Mord diese ganzen Sachen die eben ja nicht gewünscht sind und damit beschäftigen sich dann diese Teilbereiche und der Orden ist so aufgebaut dass jeder Grad eine dieser Clifford bearbeitet das ist so das Zentrum des Ganzen und dann durchwandert man das und macht dann bestimmte gradspezifische Arbeiten ja ist ja wirklich spannend und jetzt würde mich auch nochmal interessieren dieser andere Orden was wir oben links sehen der wo es um diese neuen Winkel geht was was hat es damit auf sich mit der Symbolik mit der Bedeutung dieses Ordens ich glaube das ist ja wirklich einer der man könnte es mal vorsichtig sagen etwas extremeren satanischen Orden ja genau also das ist würde ich auch sagen ist so mit einer der extremsten die neuen Winkel stehen letztendlich das ist geht sehr in die Tiefe jetzt aber um es grob zu sagen geht es da um bestimmte dunkle Energien die kanalisiert werden können aus diesen neuen Winkeln ja es ist also ein Mysterium innerhalb des Ordens um was es da geht ist ein sehr verwirrender Orden oft und hat viele Stufen der Geheimhaltung ich würde sagen ist auch teilweise sehr gut organisiert und ja dieser Orden hat sich vor allen Dingen zur Aufgabe gemacht die Welt mit zu gestalten ja das nennt dieser Orden Äonik das heißt also auf das Äon bezogen das was Alistair Crowley schon mit seinem Äon des Horus bezwecken wollte also quasi er hat das Äon des Horus ausgerufen was jetzt das Zeitalter des freien Willens sein soll und so weiter des wahren Willens und so und was dann Lavel später ausgebaut hat und da angeknüpft hat jetzt wir leben jetzt unseren inneren Satan das wird dann hier 1974 nochmal wieder in eine unglaublich tiefe okkulte Richtung gezogen die so tief geht es gibt mehrere tausende DIN A4 Blätter mit irgendwelchen Instruktionen und unglaublich komplizierten okkulten Anweisungen und es ist hochmagisch zum Teil und unglaublich schwierig zu verstehen alles und man kommt da ohne einen Lehrer eigentlich gar nicht durch es ist wie gesagt und diese Organisation greift eben auch in das Wirken dieser Welt mit ein gründet auch oftmals Tarnorganisationen nach außen und auch Gruppierungen die später andere Gruppierungen unterwandern sollen also hoch interessant was mich noch interessieren würde du sagst ja da kommt man ohne Lehrer kommt man damit gar nicht klar mit diesem Lehrgebäude dieses Ordens wenn man das so auf Schwierigkeitsstufen mal betrachten würde das ist praktisch schon für den fortgeschrittenen Satanisten das ist jetzt nicht unbedingt eine Organisation wo man als Einsteiger reinkommt oder dann überhaupt klarkommen würde ist es denn tatsächlich so dass die Mitglieder sich dann auch schon aus anderen Orden rekrutieren sind das Leute die schon länger in dieser Szene aktiv sind die dort reinkommen Ja genau es ist vor allen so dass dort oftmals Leute auftauchen denen das was sie bis vorher erlebt haben nicht gereicht hat oder aber die enttäuscht waren von anderen okkulten Gruppen Jugend aufknüpft um die dann auszubilden zu irgendwelchen Terroristen sondern die wollen wirklich mehr erreichen und das tun sie teilweise auch aber das sehr diskret weil wenn man sich die öffentlich zugänglichen Schriften anschaut die man im Internet durchaus bekommen kann dann wirkt das teilweise auch ein bisschen über kitscht und denkt sich so was ist das für ein okkulter Kram so ach das ist ja alles viel zu kompliziert viele verlieren die Lust daran weil sie überhaupt nicht durchsteigen und überhaupt nicht realisieren worum es da geht also und wenn man da tiefer einsteigt dann lernt man irgendwann dass die eine eigene Sprache benutzen die verhindern soll dass außenstehende uneingeweihte verstehen um was es geht da wird dann in bestimmten da haben die eigene begriffe für alles mögliche gibt es einen eigenen begriff und die begriffe haben oftmals zwei drei vier verschiedene Bedeutungen als Beispiel Nexion ein Nexion kann ein Tempel sein mit einer physischen Gruppe ein Nexion kann aber auch ein Kraftfeld sein und ein Nexion kann auch eine Situation sein das heißt also wenn man darüber spricht kann es alles möglich bedeuten das ist genauso wie wenn dort zum Beispiel über Menschenopfer gesprochen wird dann redet man da über Hostien unter anderem aber es gibt auch noch tausend andere Bezeichnungen die das beschreiben und es wird halt alles so kompliziert verschachtelt und erzählt viele Sachen werden auch in Geschichten erzählt das heißt also Sachen die definitiv illegal sind werden dann wie in so Roman in so kurzen Roman erzählt als Geschichte und das ist ja auch ein Orden der soweit ich weiß dem Rechtsradikalismus zuordnet oder der da Überschneidungen hat in diesem Bereich das wollen die so dass man das wahrnimmt es ist definitiv so dass intern man sich ganz klar ist dass es nicht um Nationalsozialismus geht aber dass der Nationalsozialismus ein unglaublich gutes Werkzeug ist um die geframte Gesellschaft zu manipulieren keiner interessiert sich da wirklich für Nationalsozialismus oder Adolf Hitler aber es taucht es taucht in der Symbolik auf es gibt Rituale wo wirklich NS Symbolik eine Rolle spielt weil diese Symbole aufgeladen sind mit einer destruktiven Energie durch die Bevölkerung das heißt also auch die Leute wir alle haben diese Konditionierung in uns und auch die Leute die dort Mitglied sind haben diese Konditionierung in sich das KZs und so das ist ganz schlimm und deswegen werden diese Dinge ganz bewusst verwendet um diese Energien freizusetzen diese dunklen Energien um die magisch nutzbar zu machen aber auch nicht nur magisch also da hat ja alles eine magische Relevanz aber auch psychologisch und Magie und Psychologie spielt da eine ganz große Rolle und das wird immer zusammen auch verwendet das heißt also das ganze Leben wird ein einziges Ritual und es wird auf alles ganz genau Acht gegeben und jede Art von Verhalten ist genau vorgegeben wird genau sozusagen von der Person die das praktiziert das heißt man nach außen gibt man dann das Bild was man möchte was man abgeben möchte das heißt also alles was was sie nach außen präsentieren ist so gewollt und die wollen schockieren deswegen treten die oft als dschihadisten in erscheinung als also als islamisten das musst du noch mal erklären also es gibt weil das das ist ja bestimmt auch für viele jetzt unserer zuschauer wirklich irgendwie atemberaubend oder man fragt sich was geht da ab es ist ein satanischer Orden mit einer unheimlich verworren der teilreichen Lehre die aus vielschichtigen Begriffen auch zusammengesetzt ist die man verschieden deuten kann der sich bewusst für seine Außendarstellung einer NS Symbolik häufig bedient auch um zu schockieren wo aber dann die Mitglieder dann teilweise auch als Dschihadisten auftreten also auch Organisationen aus dem politisch religiös extremistischen Sektor unterwandern ja genau es wird halt alles benutzt was in irgendeiner Form Bewegung schafft es geht immer um Bewegung und darum also letztendlich fängt es so an dass man erstmal Macht über sich selbst erlangen soll das heißt du selbst musst Kontrolle über deine Gefühle und dein Bewusstsein bekommen du vergisst alles was man dir beigebracht hat dir wird erklärt dass fast alles was du gelernt hast Bullshit ist dass fast alles was dir beigebracht wurde dir dazu beigebracht wurde damit du funktionierst damit du ein Teil dieser Gesellschaft bist die sich unterordnest einem System was bekämpft werden soll durch diesen Orden und das heißt also die äußeren Leute werden als Mondane bezeichnet ähnlich wie eine uneingeweihte profane wie auch immer und man selbst ist dann sozusagen nur noch Teil dieser Gruppe und befindet sich in einer Blase und beschäftigt sich eigentlich nur noch mit anderen Themen aber nicht mehr mit dem Geschehen in der Welt das was in der Welt stattfindet hat mit dir nichts mehr zu tun weil du weißt dass das alles nur inszeniert ist dir wird von vornherein klar gemacht dass das was da draußen passiert alles Bullshit ist egal was sie dir verkaufen wollen glaub ihnen nicht das ist das erste so fängt es an und du lernst also Kontrolle und Macht über dich selbst zu erlangen Selbstermächtigung als nächster Part kommt dann die Macht über einzelne Personen zu erlangen das heißt du nimmst dieses Wissen wie andere geframed worden sind durch Disney durch Filme durch dies durch das durch Propaganda und diese Sachen benutzt du ganz gezielt um die Trigger die gesetzt worden sind selber zu verwenden und manipulierst einzelne Personen das machst du dann eben durch extreme Sachen wie extreme linke Aussagen extreme rechte Aussagen oder irgendwas anderes was bei denen eine Erschütterung erzeugt oder was bei denen eine Regung erzeugt oder eine Bewegung erzeugt entweder baust du Rapport auf indem du den Recht gibst ja das stimmt das ist ganz schlimm jetzt mit der Ukraine genau oder aber du gehst in die andere Richtung also entweder stößt sie ab oder du ziehst sie an und du benutzt diese Mechanismen die gerade passieren immer nur dazu um die einzelnen Personen zu manipulieren nichts anderes und dann geht es weiter und du fängst an kleinen Gruppen zu manipulieren auf diese gleiche Art und Weise und das soll dann immer größer werden dass du irgendwann eigene Organisation gründest die du dann später instrumentalisieren kannst die du dann zum Beispiel als Soldaten in kleinen Kriegen einsetzen kannst wie zum Beispiel du sorgst dafür dass irgendwo eine kleine Antifa Gruppe entsteht durch einen Mittelsmann den du einsetzt du bist der Lehrer einer Person die dann für dich diese Antifa Gruppe gründet und du kontrollierst dann diesen Anführer der die Gruppe kontrolliert und mit der Gruppe machst du dann Krieg oder gehst dann halt irgendwie in die Manipulation so und das soll immer weiter gehen was ich jetzt daran interessant finde jetzt nimmst du ein Beispiel mit irgendeiner Antifa Gruppe in irgendeinem kleinen Ort zum Beispiel es könnte ja auch eine rechtsradikale Gruppe sein oder das völlig egal ist völlig egal es kann auch eine christliche Gruppe sein die extrem fundamentalistisch ist dass ähnliche Dinge auch geschehen im viel größeren Maßstab in der Weltpolitik ich meine jetzt in satanischen Orden und Logen zu denen jemand wie du jetzt vielleicht nie Zugang hatte aufgrund weil du nicht zur Milliardärs Liga oder so gehörst ich meine jetzt nur als Gedankenexperiment weil ist es nicht denkbar dass es solche Strukturen auch gibt die ganz gezielt Organisation oder Staaten versuchen zu lenken oder Einfluss zu nehmen der Orlof in der Engels ist nicht der erste Orden der sowas gemacht hat da bin ich fest von überzeugt es gibt definitiv auch andere die genau solche Sachen schon gemacht haben die haben das ganze aufgegriffen haben es noch mal neu ausgewertet und haben letztendlich eine satanische nach außen hin auftretende satanische Organisation gegründet die das macht das ist nämlich der Unterschied ich glaube dass die Gruppen die satanisch sind und das tun nach außen gar nicht als satanisch auftreten sondern dass es da auch wieder Organisationen gibt Untergruppierungen die nur als Auffangbecken da sind um die Leute rauszufiltern die wertvoll sind für den inneren Kreis und das ist es eigentlich ja und das wird es dann auch im größeren Stil definitiv geben warum nicht wir sind langsam so leider am Ende unserer Sendung angekommen langsam ein bisschen haben wir noch ja wir haben über viele super interessante Dinge gesprochen und ich merke von dem was wir vorbereitet haben haben wir nicht mal die Hälfte geschafft das heißt es steht eigentlich jetzt schon fest Alex du bist verhaftet auch noch für weitere Sendungen aber auch in dem Sinne liebe Zuschauer seid beruhigt wenn ihr sagt einige Themen sind zu kurz gekommen heute dann machen wir das in den Nachfolgesendungen was mich aber jetzt echt zum Abschluss noch mal interessieren würde und bestimmt auch den einen oder anderen unserer Zuschauer du warst 20 Jahre lang in verschiedenen solchen Orden tätig initiiert du bist es heute nicht mehr du bist Ex-Mitglied wie stehst du heute dem dem Satanismus solchen Organisationen gegenüber was ist deine Message deine Botschaft sozusagen an die Welt zähl doch mal siehst du das kritisch siehst du dich da selber kritisch oder oder positiv also wenn ich es ganz ehrlich das Ding ist halt ich könnte jetzt irgendwas schwulen wie von wegen ja das ist alles ganz schlimm und Satan ist böse und diese ganzen Geschichten aber ich möchte das wirklich ein bisschen differenzierter sehen weil wenn ich mir die Gesellschaft anschaue so wie sie heute ist dann ist das für mich etwas was überwinden werden sollte von Menschen die noch nicht erkannt haben dass das in dem sie sich befinden im Grunde genommen etwas destruktives ist und wenn dann das satanische dazu führt dass sie sich daraus befreien können ist das dann in dem moment wieder positiv ich will nicht damit sagen dass das satanische positiv ist aber dieser moment wo du dich befreien willst egal wie du welche Macht du für dich erkennst die dir aus dieser Situation raus hilft und ob das nun Christus ist den du erkennst als Erleuchter der dich dann aus den satanischen Strukturen führt oder eben eine Figur ein Archetyp des Satans oder ein Trickster was auch immer der dir die Kraft gibt da raus zu kommen ich finde das wichtigste ist dass die Menschen erkennen dass um sie herum wahnsinnig viel manipuliert wird und dass sie erkennen wie die Strukturen der Manipulation funktionieren egal ob das ein satanischer kabbalistischer oder was auch immer für ein Orden ist es gibt diese manipulativen Kräfte um uns herum und das finde ich das wichtigste diese Dinge langsam und sicher wirklich zu durchschauen ohne von einer Schwurbelecke in die andere rein zu gehen und zu sagen ja und dann dies und das meine Message an die Leute da draußen ist lasst euch nicht ablenken von eurem innersten aber nochmal zurück auf die Frage wie stehst du solchen Orden gegenüber also du hast da ja viel durchlaufen und bist da jetzt aus verschiedensten Gründen nicht mehr Mitglied wie ist das ganz persönlich auf dich bezogen wenn diese Orden dafür sorgen dass du in deine Selbstermächtigung kommst und deine eigene Kraft und du dadurch mehr Unabhängigkeit erreichst dann würde ich sagen ist das gut das können aber auch tribalistische Kleingruppen machen das kann man auch alleine machen dafür braucht man keinen Orden aber wenn diese Orden in eine Sackgasse führen oder dich in mehr Unfreiheit mehr Zwang also alles was dich irgendwo in diese Richtung bringt wo du gezwungen bist Dinge zu tun die du nicht tun willst definitiv schlecht und wenn du aber dadurch mehr Freiheit und Selbstständigkeit erreichst dann definitiv gut und dabei ist es mir dann egal ob das ein Orden ist der dafür sorgt dass Menschen in ihre Kraft kommen oder Strukturen aufsprengen die destruktiv sind die oder oder eben einzelne Personen ist völlig egal das ist meine Einstellung dazu ich sage nicht per se jeder Orden ist schlecht oder jede satanische Organisation ist böse sondern ich möchte das differenziert sehen ich habe immer ein offenes Herz und ein offenes Auge allen Kulturen und Gruppierungen und Menschen und Arten gegenüber das heißt ich schließe nichts aus wenn es gut ist und das was eben destruktiv wirkt oder mich einschränken will dass da grenze ich mich dann ab und das sehe ich eben heute auch mit mit diversen Logen Orden und Gruppierungen Ja Alex ich danke dir dafür dass du heute dein wissen mit uns geteilt hast auch über diese persönlichen einblicke das ist eine unheimlich kontroverse thematik es ist aber auch eine wichtige thematik die aus meiner sicht so auch jetzt so auf youtube viel zu kurz kommt oder wenn 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 erwähnt dann immer so oberflächlich oder von außen und wer kann schon fundierte Einblicke von innen aus diesen Gedankengebäuden mal zeigen und deshalb war es mir auch sehr wichtig diese Sendung zu machen wie gesagt wo wir jetzt schon von Zwängen sprechen ich werde dich definitiv zwingen zur weiteren Sendung denn das ist hier super interessant und wir haben noch viel Stoff den wir heute nicht mehr bringen konnten aber das Zeit soll ist jetzt erfüllt hat mir ganz viel Spaß gemacht vielen Dank liebe Zuschauer schreibt Kommentare ich weiß ganz viele von euch beschäftigen sich auch mit esoterischen Lehren mit Religion aus verschiedenen Perspektiven es war hier heute keine Werbesendung Satanismus oder dergleichen sondern es geht darum das ist so verstehe ich auch meine Arbeit auf meinem Kanal einfach wirklich spannende und wesentliche Themen einfach mal aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und für den suchenden Zuschauer Blickwinkel dadurch zu ermöglichen die man sonst nicht hat und noch zum Ende erwähnt ich habe es ja auch schon eingeblendet aber Alex hat auch einen eigenen YouTube-Kanal wo er jetzt neu durchstartet und bitte abonniert den, fördert den auch dort werden in Zukunft ganz viele spannende Sendungen mit Alex folgen und in dem Sinne, liebe Leute, liebe Freunde, ciao und bis bald Danke 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 Danke